Abschnitt 1 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde. Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von Klabunt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Einführung. Diese kleine Literaturgeschichte verfolgt weder philosophische noch philologische Absichten. Sie sind nichts als der Versuch einer kurzen, volkstümlichen, lebendigen Darstellung der deutschen Dichtung. Die Dichtung eines Volkes beruht auf dem eigentümlichsten, was ein Volk haben kann. Seiner Sprache. In diesem Sinne wird und soll sie immer völkisch sein. Die deutsche Dichtung ist vergleichbar einem Baum, der tief in der deutschen Erde wurzelt, dessen Stamm und Krone aber den allgemeinen Himmel tragen hilft. Es gibt eine deutsche Erde. Der Himmel aber ist allen Völkern gemeinsam. Blüten vom Baum der deutschen Dichtung mögen vom Winde da und dorthin getragen werden. Zu Früchten reifen werden nur die, die am Baum bleiben. Sie werden im Herbst geerntet werden und im Schatten des Baumes wird ein ganzes Volk sich an ihnen erquicken. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Alltag Abschnitt 2 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Jener germanische Jüngling, der einsam im Eichenwald am Altar Wodans niedersinkend, von ihm, der jeglichen Wunsch zu erfüllen vermag, in halbartikuliertem Gebetruf singend, schreiend die Geliebte sich erflehte, dessen Worte ihm selbst erstaunlich zu sonderbaren Rhythmen sich banden, die in seiner Seele ein Echo riefen, war der erste deutsche Dichter. Wie eine Blüte brach ihm das Herz in einer Nacht auf, dass es der Sonne entgegen glühte, eine Schwestersonne. Dass er dem Sonnengott sich als geringerer Brudergott verwandt fühlte, dass er Worte fand in seinem Munde wie nie zuvor. Unbewusstes war bewusst, Liebe machte den Stummen berät. Er sang einen heiligen Gesang. Er neigte sich dem Gott, er neigte sich der Geliebten, er versank vor sich selbst. Himmel, Erde, Mensch ward eins in seinem Gedicht. Die Sehnsucht wurde Wort, das Wort wurde Erfüllung. Aller Dichtung Urbeginn ist die Liebe. Der Weg zur Liebe führt durch Hass und Kampf und Schmerz. Der Urmensch sang den Hass gegen den Feind, der ihm auch Feind seines Gottes und Feind seines Weibes ist, das zu vergewaltigen jener strebt. Er singt den Schmerz seiner im Weltall verlorenen einsamen Seele, die dahinfliegt wie ein Meervogel über den Ozean, und nur die Sonne ist ihre Hoffnung. In ihr verehrt er Gottes Auge, das ihn beglänzt, jeden Tag neu, nach fürchterlicher Nacht. Und er sieht auch in sich ewige Nachts, aus der er nur immer kurz zu Dämmerung und Helle erwacht, und seine Sehnsucht sucht die Nacht immer mehr mit Licht zu erfüllen. Und das Licht zeigt ihm den langen, mühseligen Weg des Menschen, welcher aus Finsternis und Sumpf emporführt zu Licht und Gebirg, bis über die Wolken, bis an Gottes Thron selbst. Eines der ältesten deutschen Sprachdenkmäler ist das sogenannte Vessobrunner Gebet, um 800 entstanden, voll großer Anschauung und starker dichterischer Kraft. Karls des Großen, Biograf Einhard, gestorben 840, erzählt, dass Karl der Große alle alten Sagen habe aufschreiben lassen. Leider haben seine frömmelnden Nachfolger von unverständigen Pfaffen aufgereizt, dafür gesorgt, dass derlei heidnisches Zeug ausgerottet wurde, wo es sich zeigte. Unersetzbares ist verloren gegangen. Als Ersatz werden uns blasse, versifizierte heiligen Legenden und Christusgeschichten aufgetischt. Unter den Nachfolgern Karls des Großen blüht, begünstigt von den Priestern, die lateinische Poesie. Da wir nur von der deutschen Dichtung, dem deutschen Wort, sprechen wollen, gehört sie nicht in unsere Betrachtung. Die deutsche Sprache wurde höchstens dazu verwandt, um für Laien heilige Texte zu übersetzen. Das stolzeste Epos der Deutschen ist das Nibelungenlied, um 1210. Die sagenhafte deutsche Uhrzeit, er steht in den Rittern der Völkerwanderung noch einmal. Jeder der Helden, Siegfried, Hagen, Gunther, ist ein Held seiner Zeit und dennoch mit den strahlenden Attributen der Vorzeit umgeben. Welch ein Gemälde der menschlichen Schicksale stellt uns das Lied der Nibelungen auf, schreibt August Wilhelm von Schlegel. Mit einer jugendlichen Liebeswerbung hebt es an, dann verwegene Abenteuer, Zauberkünste, ein leichtsinniger, aber gelungener Betrug. Bald verfinstert sich der Schauplatz. Gehässige Leidenschaften mischen sich ein, eine ungeheure Freveltat wird verübt. Lange bleibt sie ungestraft, die Vergeltung droht von Ferne und rückt in mahnenden Weissagungen näher, endlich wird sie vollbracht. Ein unentfliehbares Verhängnis verwickelt Schuldige und Unschuldige in den allgemeinen Fall, eine Heldenwelt bricht in Trümmer. Haben wir nicht alle das Nibelungenlied noch einmal am eigenen Leib und an eigener Seele verspürt? Ein unentfliehbares Schicksal hat uns Schuldige und Unschuldige in den allgemeinen Fall verwickelt und eine Welt ist in Trümmer gebrochen. Das Gudrun-Lied um 1230 klingt sanfter, bürgerlicher, versöhnender aus. Zwar stehen auch hier Gewalttat und Schande am Anfang, aber das Lied endet heiter mit einer vierfachen Hochzeit und hellen Blicken in eine rosenrote Zukunft, da kein Hass und kein Kampf mehr sein wird. Der Minnesang war längst von vaganten und fahrenden Sängern gepflegt und in Volksliedern von Mund zu Mund gegangen, ehe sich, zum Teil unter dem romanischen Einfluss der Troubadoure, die deutschen Dichter seiner Annahmen und die Frau als Geliebte und Gattin auf einen goldenen Thron setzten, wie man ihn auf mittelalterlichen Miniaturen der Madonna mit dem Jesuskinde weite. Von Österreich nahm der Minnesang seinen Anfang. Der von Kührenberg sang um 1150 das Lied vom Falken, den er sich mehr denn ein Jahr gezähmt und der ihm dann doch in Andrioland entflog. Ein Spielmann, genannt der Sperrvogel, gestorben 1180, dichtete die ersten lehrhaften Sprüche und Fabeln, zum Beispiel vom Wolf, der in ein Kloster ging und ein geistlich Leben führen wollte. Im Kloster vertraute man ihm das Hüten der Schafe an. Die Nutzanwendung braucht man einem Menschen heutiger Zeit nicht besonders nahe zu legen. Derartige Wölfe und derartige Schafe sind leider heute verbreiteter denn je. Von 1160 bis 1230 ritt Herr Walter von der Vogelweide durch die Welt. Er kam von Tirol, dort wo die Berge das Eisacktal vom Himmel schließen, wo man den Himmel in der eigenen Brust suchen muss. Er trieb seinen mageren, schlecht genährten Klepper durchs Burgtor von Wien und die Ritter neigten sich vor ihm. Im Bischofssitz von Passau erklang sein Gelächter, dass er dem Bischof wie eine Handvoll Haselnüsse an den tonsurierten Kopf warf. Dem Heiligen Vater in Rom war er tief aus deutschem Herzen feindlich gesinnt, denn er sah, politischer Denker, der er war, dass die Päpste sehr diesseitige römische Politik und Diplomatie trieben, der die deutschen Kaiser sich selten genug gewachsen zeigten. Er stand auf der Wartburg und sah hinab auf das thüringische und deutsche Land. Wie blühte der Frühling, wie sangen die Amseln, unter einem Wacholderstrauch lagen zwei Liebende, unter der Linde stand ein fahrender Geiger und geigte zum Tanz. Ein schönes Fräulein lächelte seitwärts, selbst vergessen. Da lächelte Walter von der Vogelweide. Er bückte sich und wand in Eile mit geschickten Fingern einen Kranz aus Butterblumen, die zwischen den Steinritzen auf dem Burghofe blühten, nahm den Kranz, sprang hinab zu dem errötenden Mädchen, verneigte sich und sprach, »Nehmt, Frau, diesen Kranz, so zieret ihr den Tanz mit schönen Blumen, die am Haupt ihr tragt.« Und der alte Geiger mit dem Totenkopf zum Tanz taktierend strich den Bogen. Tod spielte zum Leben auf. Der Ritter tanzte mit dem Fräulein. Sie hieß Maria wie die Mutter Gottes selber und ward ihm Gottes Mutter, Gottes Schwester, Gottes Tochter, all in eins. Mit Friedrich II. ritt Herr Walter von der Vogelweide 1227 auf den Kreuzzug. Er hasste die Pfaffen und den falschen Gott in Rom. Er wollte den wahren Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er sang den Kreuzfahrern das Kreuzlied. Und am heiligen Grab sank er ins Knie. »Jetzt erst bin ich beseeligt, da mein Fündigauge die heilige Erde betrachten darf.« Dahin kam ich, wo den Pfad Gott als Mensch betreten hat. Ernst und wie von einer ewigen Wolke beschattet, kehrte er aus dem heiligen Lande heim. Es war Frühling in ihm gewesen, als er auszog. Palästina war sein Sommer geworden. Nun sah er Herbst und Verwesung, Elend und Bitternis überall. Die Nebelkrähen hingen in Schwärmen über dem deutschen Land. Und in Würzburg war es, wo er, den Blick auf den fließenden Main gerichtet, sein letztes Gedicht dichtete, jene schönste Elegie deutscher Sprache. Im Lorenzgarten, vor der Pforte des neuen Münsters, war das Sterbliche von Walter von der Vogelweide, 1230, bestattet. Die letzte Zeit vor seinem Tode hielt er sich von den Menschen fern. Er stand stundenlang am Main und fütterte die Vögel und die Fische mit Brotkrumen. Und in seinem Testament bestimmte er, dass aus seiner Hinterlassenschaft mehrere Säcke Körner zu kaufen seien und dass auf seinem Grabe die Vögel stets Körner und Wasser vorfinden sollten. Noch im Tode wollte er seinem Namen Ehre machen. Sein Grab noch sollte den Vögeln eine Weide sein. Lest seine Liebeslieder, ihr Liebenden. Klausner Schwermut, weise uns die Kapelle seiner Melancholie. Wo im kahlen Winter ein frierender Vogel hungrig an eure Fensterscheiben pickt, gebt ihn zu fressen, gedenkt des Herrn von der Vogelweide. Solange die deutsche Dichtung besteht, wird sein Name unvergessen sein. Herr Walter von der Vogelweide, Die Blume der deutschen Mystik keimte zuerst in den Klöstern. Schwester Mechthild von Magdeburg, 1212 bis 1294, schrieb ihr Buch vom fließenden Licht der Gottheit, vollseliger Versunkenheit in Christo. In ihren Ekstasen sah sie Jesus als schönen Jüngling, Schöner Jüngling, mich lüstet dein, ihre Zelle betreten. Er war ihr wie ein Bräutigam zur Braut, und ihre himmlischen Sprüche sind wie irdische Liebeslieder. Ihre Gottesminne, Eja, liebe Gottesminne, umhalse stets die Seele mein, war der Gottesminne des Wolfram tief verwandt. Die reine Minne, nicht jene höfische oder ritterliche oder bäurische Minne, galt ihr als oberstes Prinzip. Dies Buch ist begonnen in der Minne, es soll auch enden in der Minne, denn es ist nichts so weise, so heilig, noch so schön, noch so stark, noch all so vollkommen als die Minne. Mechthild von Magdeburg ist trunken vor Askese. Ihr Geist kennt die Wollus des Fleisches. Jesu ist ihr zärtliches Spiel, und sie ist seine Tänzerin. Meister Eckart, 1260 bis 1327, gestorben in Köln, ihr mystischer Bruder verhält sich zu ihr wie ein Kauz oder Uhu zu einer Libelle. Ihr Leben und Dichten war ein Schweben und Ja-Sagen, dass seine ein Tief in sich beruhen und ein Entsagen. Er liebte das Leid um des Leidens willen. Jeder Schmerz war ihm eine Station zum Paradies. Er brach die Wunden, die ihn verheilen oder verharschen sollten, künstlich wieder auf, dass nur sein Blut fließe. Seine Gedanken scheinen oft verschleiert, ja, manche haben dunkle Kapuzen übers Haupt gezogen und sind ganz unerkennbar. Sein Buch der göttlichen Tröstung ist ein Trostbuch für die, die am Tode und am Leben leiden. Ein Trostbuch rechter Art will auch der Ackermann aus Böhmen sein, den Johannes von Saatz 1400 in die Welt schickte. Der Dichter kleidet seine Trostschrift in die Form eines Zwiegespräches zwischen einem Witwer und dem Tod. Der Witwer fordert vor Gericht, dem Gottesgericht, sein Weib von dem Räuber und Mörder Tod zurück. Schrecklicher Mörder aller Menschen, ihr Tod, euch sei geflucht. Gott, der euch schuf, hasse euch, Unheilshäufung treffe euch, Unglück hause bei euch mit Macht, ganz entehret bleibt für immer. So beginnt der Kläger seine Klage. Und der Tod antwortet Du fragst, wer wir sind, wir sind Gottes Hand, der Herr Tod, ein gerechtschaffener Meer. Braune, rote, grüne, blaue, graue, gelbe und jede Art glänzende Blumen und Gras hauen wir nacheinander nieder, ihres Glanzes, ihrer Kraft und Vorzüge ungeachtet. Seht, das heißt Gerechtigkeit. In immer verzweifelteren Ausbrüchen pocht der Mensch aller Menschheit Abgesandter an das Rätsel des Todes, der ihm so sinnlos wie ein Meer im Herbst unter den Menschen zu Hause scheint, das Glück des Liebenden und die Tat des Künstlers, die Stellung des Königs nicht achtet, bis Gott selbst das Urteil spricht. Kläger, habe die Ehre, du, Tod, aber habe den Sieg. Jeder Mensch ist dem Tode sein Leben, den Leib der Erde, die Seele uns zu geben verpflichtet. Mit den Minnesängern wurde die deutsche Literatur sich ihrer bewusst. Zwar gab es noch nicht das Wort, aber der Begriff war vorhanden. Die erste öffentliche Kritik trat auf. Es waren die Fürsten, die als Mäzene das erste Recht der Beurteilung für sich in Anspruch nahmen. Die Themen, die Hartmann von Aue, gestorben 1215, in seinen kleinen Epen anschlägt, sind von schönster dichterischer Intensität. In Gregorius überträgt er den Oedipusstoff auf ein mittelalterliches Milieu. Gregorius liebt und heiratet unwissentlich seine eigene Mutter. Als er die Schande erfährt, sucht er die Sünde zu sühnen, indem er sich promethisch an einen Felsen schließen lässt. Nach 17 Jahren unerhörter Qual erlösen ihn die Römer. Er wird von ihnen im Triumph ob seiner Heiligkeit auf den verwaisten Papstthron erhoben und spricht unfehlbar geworden durch sein titanisches Leid die eigene Mutter ihrer Schuld ledig. Im armen Heinrich bemächtigt sich Hartmann eines deutschen Stoffes. Ein Ritter wird vom Aussatz befallen. Ein Mittel gibt es nur, ihn zu retten, das Blut einer unberührten Jungfrau. Aus Liebe zu ihm erbietet sich ein Mädchen für ihn zu sterben. Aber der arme Heinrich nimmt das Opfer nicht an, trotz teuflischer Versuchung. Da erbarmt sich auf Flehen des Mädchens Gott der Liebenden. Er macht den armen Heinrich gesund und zum reichen Heinrich durch den Besitz der Geliebten. Ein jüngerer Zeitgenosse von Hartmann ist Wolfram von Eschenbach. Etwa 1170 bis 1250. Ein Bayer aus Eschenbach bei Ansbach. Er war ein armer Teufel wie Walter von der Vogelweide, mit dem er am Hofe des Landgrafen Hermann von Thüringen öfter zusammentraf. Als er 1217 dem Hofleben für immer den Rücken und auf sein kleines Gut heim zu Weib und Kind kehrte, war diese seine Heimkehr durchaus symbolisch zu verstehen. Er hatte die höfische Minne, die schon einen eigenen Komment entwickelte, dessen Verstöße unnachsichtlich geahndet wurden, von Herzensatt und sehnte sich nach einem einfachen, ungezierten Wort aus unverzerrtem Frauenmund, nach Lippen, die ohne Anfragung einer Etikette auf den Seinen lagen, nach einem Herzen, das ihm herzlich zugetan war, nach einem Kinde, das nicht Fräulein oder junger Herr tituliert wurde, sondern mit dem er Reiten und Jagen und spielen durfte, wie mit sich selbst. Er hatte 1200 bis 1210 in 24.810 Versen im Partival den Ritterroman der Deutschen beschaffen. Er hatte ihnen den Spiegel vorgehalten. Aber es war schon eine vergangene, edlere Zeit, die sich in ihm spiegelte. Der Dichter ist oft nur der Vollstrecker des letzten Willens einer Epoche, der er schon längst nicht mehr angehört. Der Stoff ist französischen und provenzalischen Vorbildern entnommen. Die Idee der Erlösung ganz christlich. Aber der Leidens- und Freudensweg, den Partival gehen muss, um seine Entwicklung vom ahnungsvollen, aber ahnungslosen Kind zum seiner Seele bewussten Mann, ist ganz Wolframsche Prägung. Er ist den Weg des Knaben Partival selbst gegangen. Gottfried von Straßburg um 1210, Wolframs größter Zeitgenosse, war auch sein größter Gegner. Er fand den Partival dunkel und verworren, ohne einheitliche Handlung und stellenweise schwer verständlich. Im Tristan stellte er dem Partival seinen Ritter-Epos gegenüber, von einer leidenschaftlichen Klarheit des Themas und der Formulierung und trotz der Leidenschaft nicht ohne Zierlichkeit und Zartheit. Er hatte von seinem Standpunkt mit der Beurteilung des Partivalrecht. In Wolfram und Gottfried spitzten sich, wie später bei Goethe und Schiller, zwei dichterische Typen bis ins Polare zu, der Pathetiker und der Erotiker. Wolfram Schiller, das besagt Kampf, Forderung, Dornenweg, Verblendung und Erlösung, Gottesminne, jenseits. Goethe-Gottfried, das heißt Sein, Genuss, Selbst des Schmerzes, Blumenpfad, Sonnenblendung, Glück, Glanz und Erfüllung, Menschenminne, diesseits. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Rebecca Braunert-Planket Abschnitt 3 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabunt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Während die von Walter, Gottfried und so weiter geschaffene Kunstdichtung entärtete, erlebte die Deutsche Volksdichtung, das Volkslied und das Märchen im 15. und 16. Jahrhundert ihre schönste Blüte. Die schönsten der von Herder, Arnim und Brentano, Erk und Böhme später aufgezeichneten Volkslieder sind damals entstanden. Die Dichter, der von den Brüder Grimm gesammelten Kinder- und Hausmärchen wandelten damals als Kumpelmänner, vagabunden und Gott weiß was durch die deutschen Lande. Ihnen waren Tiere und Blumen, Berg und Teich wie Bruder und Schwester vertraut. Sie hatten kein anderer Bett als die Erde, keine andere Decke als die Sternendecke des Himmels. Ein verlassener Ameisenhaufen war ihr Kopfkissen. Eichhörnchen hüteten ihren Schlaf und der war voll von Träumen wie ein Kirschbaum im Juni voll von Kirschen. Da gaben sich der Froschkönig, die Bremer Stadtmusikanten, der Teufel mit den drei goldenen Haaren, der Räuberbräutigam, Frau Holle, Daumerling, Doktor Allwissend, das kluge Schneiderlein, der Vogel Greif und viele andere wunderliche und seltsame Wesen ihr heimliches Stelldichein. Und der Vogel Greif schnaufte »Ich rieche, rieche Menschenfleisch«. Und dann ließ er sich doch von seiner Frau übertölpeln. Wie listig sind die Frauen, wenn sie lügen!« Die neidische und eitle Königin befragte den Spiegel an der Wand. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Snewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Auf einem Lindenbaum saß ein Vogel, der sang in einem Fort »Küwitt, küwitt, watt für'n schön Fagelbünnig«. Aber dieser Vogel war ja kein richtiger Vogel. Es war ein Mensch, der sich nach seinem Tod in einen Vogel verwandelt hatte. Denn wir Menschen sterben nicht. Das Volkslied und das Volksmärchen lässt unsere Seele wandern. Vogel und Blume können wir werden, ja, Blume auf unserem eigenen Grabe. Dann kommt wohl die Geliebte, begießt uns mit Tränen oder sie pflückt und drückt uns Pfeilchen oder Lilie an den Busen. Sind wir aber böse, so werden wir verflucht und verzaubert in Wehrwölfe. Die Wurzeln von Märchen und Volkslied gehen bis tief in die heidnische Vorzeit zurück, da das Menschen Frömmigkeit vom Diesseits, seine Augen von Sonne, Himmel und der weiten, weiten Welt ganz erfüllt waren. Ihm war der Tod nur eine andere Art des Lebens, Verwandlung. Eine Tür fällt ins Schloss und eine andere geht auf. Auf Tag folgt Nacht, aber wieder Tag. Er war nicht zerrissen in Leib und Seele. Die waren eins. Die Märchen und Lieder sind so bunt wie die Natur selbst. Wie die Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint, so fühlt der Dichter mit allen seinen Kreaturen, auch der Erbärmlichsten. Irgendein armseliger Straßenräuber, der arme Schwartenhals, steht ihm so nah wie die zwei Königskinder, die zueinander nicht kommen konnten. Das Wasser war viel zu tief. Goethe ist ohne das deutsche Volkslied, Volksmärchen, Volksepos nicht zu denken. Er steht auf den Schultern von tausend anonymen Autoren, die kommen mussten, damit er kommen konnte. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde der Grundstock gelegt zu jenem Gebäude des 18. Jahrhunderts, voll vollendeter Klassizität, das den Namen Goethe tragen sollte. Aber auch Matthias Claudius, Clemens Brentano, Eichendorff, Heine haben mit den Bausteinen gearbeitet, die jene bescheidenen Männer geschichtet haben. Vielleicht sind ihre Werke der lauterste Ausdruck des deutschen Kunstwillens, die reinste Inkarnation des deutschen Geistes, der dann am tiefsten ist, wenn er aus dem Unbewussten steigt, dann am reinsten, wenn er aus den dunkelsten Quellen schöpft. Seine Dichter ohne Namen tragen den Himmel in ihren Händen, aber sie stehen mit beiden Beinen fest auf der Erde. Die Entwicklung des Menschengeschlechts geht in Wellenbewegungen vor sich, wobei Wellenberg und Wellental einander folgen und der Scheitelpunkt des Wellenberges sich nur langsam erhöht. Von Walter von der Vogelweide, Gottfried von Straßburg, Wolfram von Eschenbach und dem Nibelungenlieder haben die jungen deutschen Dichter eine Höhe erreicht, von der sie bald kläglich wieder abstürzen sollten. Das Rittertum zerfiel und mit dem Rittertum die Ritterpoesie. Teils artete sie in allegorische Spielereien, teils in aufgeblasene Gäckigkeit aus. Die Dichtung floh barfüßig und barhäuptig auf die Landstraße und fristete im Munde der Fahrenden von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus ihr Leben. Ins 15. und 16. Jahrhundert fällt die Blütezeit des deutschen Volksliedes. Zuweilen nahm sie ein Kloster auf, dann sangen die Nonnen ein Lied wie das geistliche Trinklied der Nonnen am Niederrhein. Zuweilen fand sie auch Unterschlupf bei braven Bürgersleuten. Das Bürgertum war im Aufstieg begriffen. Es gab wohlhabende Bürger, deren Söhne sich das Dichten leisten konnten. Sie meinten, die Dichtung würde sich hinter dem Ofen, in der Wärme, in dem Dunst satter Behäbigkeit recht wohl fühlen. Sie stopften ihr den Magen mit allerlei guten Dingen, aber sie taten des Guten zu viel, das sie erbrach. Von der graziösen Handhabung der Sprache durch Meister wie Gottfried oder Walter blieb nicht viel übrig. Der Rhythmus fiel auseinander, was Hebung, was Senkung, man zählte einfach die Silben zusammen. Aus dem Minnesang wurde der Meistergesang. Der Tiroler Oswald von Wolkenstein, gestorben 1445, versuchte noch einmal, den ritterlichen Pegasus aufzuzäumen. Er brach unter ihm zusammen. Seine Zeitgenossen nahmen das Zaumzeug, schnitten die Flügel von dem verendeten Tier. Sie klebten sie ihren plumpen Dorf- und Stadtgäulen an und meinten nun, sie würden fliegen. Die ritterliche Rüstung schepperte viel zu groß um ihre dürren Glieder. Auch wagten sie, ihrer Unzulänglichkeit irgendwie bewusst, schon nicht mehr einzeln als Individualisten aufzutreten. Sie dichteten kollektiv gleich in ganzen Gruppen, Gilden und Vereinen. Sie imitierten die Form ohne den Geist. Diese Form ist leer und lernbar. Man ward, wie beim Handwerk, erst Dichter Lehrling, dann Dichter Geselle, dann Dichter Meister, wobei Dichter und Bäckermeister oft eins sind. Aber die Brote geraten ihnen besser als die Gedichte. In den Meistersingerschulen wurde nach der Tabulatur des Dichter ABC gelehrt. Um 14.50 wurde die erste Meistersingerschule in Augsburg gegründet. Wenige Jahre später finden sie sich in fast allen größeren Städten. Sie fechten Wettkämpfe miteinander aus. Sie überbieten sich in der Erfindung verschrobener und gekünstelter Versmaße. Der Vollender und Überwinder des Meistergesanges ist Hans Sachs, geboren 1494 in Nürnberg, das eine der berühmtesten Meistersingerschulen sein Eigen nannte. Hans Sachs war Schuhmacherlehrling, als ihm der Weber Nunnenbeck die Anfangsgründe der Meistersingerkunst beibrachte. Er ging wie ein rechter Schuster auf die Wanderschaft, kehrte, nachdem er so viele Erfahrungen gesammelt, als er Schuhe besohlt hatte, 1519 in seine Heimat zurück, die durch Peter Fischer und Albrecht Dürer zu einem Haupt- und Vorort deutscher Kultur geworden war. Seine eigenen Meistergesänge, über 4000, sind ziemlich unbedeutend, da und dort überraschen sie durch ein originelles Bild oder eine witzige Wendung. Freier entfaltet sich sein Talent schon in seinen Sprüchen, etwa 1800, die in ihren kurzen Reimpaaren klingen, als wären sie mit dem Schusterhammer zusammengeklopft. Hans Sachs war einer der ersten gewesen, die sich in Nürnberg zu Luther bekannten. Ganz einzigartig zeigt er sich in seinen über tausend Schwenken und Fastnachtsspielen. Sein Humor ist der Humor der deutschen Seele. Seinen Witz hat er aus seiner Handwerksburschenzeit bis in sein 82. Jahr hinüber gerettet. Er hat es in seinen Schwenken auf moralische Wirkung abgesehen, aber diese moralische Wirkung erstickt in einem Gelächter oder tritt ganz zurück hinter dem Wie der Darstellung. Wir nehmen die Menschen aus seiner Hand entgegen wie aus Gottes Hand, so wie sie sind, gut und böse. Wie langweilig wäre die Welt, wenn alle Menschen einheitlich brav wären und alle eine moralische, einheitlich graue Tugenduniform trügen. Gott selber würde sich zu Tode langweilen und kurz vor seinem Tode noch den Teufel neu erschaffen. Wenn es nur noch Hasen auf der Welt gäbe und keinen Fuchs mehr, der den Hasen frisst und keinen Jäger, der sie beide schießt und sich den Hasen braten lässt, dies nur nebenbei zu Hans Sachs. Die Welt krachte damals in allen Fugen. Die ersten Wehen der Reformation kündeten eine neue Epoche an. Sebastian Brandt aus Straßburg 1458 bis 1521 hatte als Sohn eines Gastwirtes früh offene Augen für die Lächerlichkeiten und Laster seiner Mitmenschen bekommen. In Übergangszeiten, wo die Begriffe schwanken und wie Karten eines Kartenspieles untereinander gemischt werden, pflegen sich alle närrischen Eitelkeiten der Menschheit wie in einem konkaven Spiegel noch ins Breite zu verzerren und zu vergröbern. Sebastian Brandt studierte Recht, ohne es aber irgendwo zu finden. Er promovierte an der Universität Basel. 1494 erschien sein Narrenschiff. Auf dieses sein Schiff hatte er alle Narren zu Gast gebeten, die er nur auftreiben konnte. Aber das Schiff erwies sich fast als zu klein. Die Säufer, die Gecken, die Spieler, die Kirchenschänder, die Geizhälse, Wucherer, Studenten, Ehebrecher, Huren, füllten es bis an den Rand. Auch du, lieber Leser, und ich, wenn wir nur ein wenig in uns gehen und nachdenken, wir befinden uns unter jenen Narren. Sebastian Brandt hat uns 500 Jahre, bevor wir geboren wurden, trefflich abkonterfeigt. Aber es ist ein Bild, das wir uns nicht hinter den Spiegel stecken oder unserer Base zum Geburtstag schenken werden. 20 Jahre nach dem Narrenschiff legte Knecht Ruprecht 1519 den Deutschen die erste Ausgabe des Volksbuchs von Tülleulenspiegel auf den Weihnachtstisch. Die hatten eine Freude wie wohl seit 100 Jahren nicht über ein Buch. Noch im 16. Jahrhundert erschienen 18 deutsche Ausgaben. Es wurde sofort ins Flämische, Niederländische, Englische und Französische übersetzt. Woher dieser spontane Erfolg? Brandts Narrenschiff war eine mehr oder weniger literarische Angelegenheit gewesen. Im Eulenspiegel sah und lachte das Volk sich wieder einmal selbst ins Gesicht. In allen Fastnachtskomödien war er ja schon als Kasperle oder Hans Wurst figürlich aufgetreten. Hier hatte man seine in wohlgesetzte Worte gebrachte Biografie des komischen Heldenlebens. Eulenspiegel, der ernsthafte Schalk, ist die Typisierung der einen Seite des deutschen Ideals, dessen andere Seite, ob Rück oder Vorderseite der Medaille bleibt dahingestellt, den Doktor Faust, titanischer Ringe um die letzten Probleme zeigt. Eulenspiegel tritt auf als Richter der Menschheit, errichtet sie mit einem schiefen Zucken seines Mundes, mit der sofortigen Realisierung ihrer Ideen, deren Wert und Möglichkeit dadurch ad absurdum geführt werden. Er ist zugleich leicht und tiefsinnig, seine Späße exemplifizieren das Chaos, sie dozieren bis zur Brutalität das Bibelwort der Mensch ist aus Dreck gemacht. Das Urbild des Tüll-Eulenspiegels hat wirklich gelebt. Chroniken berichten von seinem 1350 zu Mölln erfolgten Tode, wo noch heute sein Grabstein gezeigt wird. Vorher waren schon Schwankbücher wie Jörg Wichrams Rollwagenbüchlein oder des Bruder Johannes Pauli Schimpf und Ernst 1522 sich Mode geworden. Bücher, die einzelne heitere oder moralische Anekdoten erzählen, die sich nicht um einen einzelnen Narren kopieren, die damalige Reiselektüre auf den Rollwagen mitzunehmen, wobei zu bemerken ist, dass diese Reiselektüre unendlich gehaltvoller war, als die heute verbreitete. Bruder Johannes Pauli ist ein belesener und witziger Mann, der ausgezeichnet zu erzählen vermag, und der unsere Stratz und Höcker überragt wie ein Kirchturm eine verkrüppelte Kiefer. Da liest man Folgendes. Man zog einmal aus in einen Krieg mit großen Büchsen und mit viel Gewehren, wie es denn Sitte ist. Da stund ein Narr da und fragte, was Lebens das wäre. Man sprach, die ziehen in den Krieg. Der Narr sprach, was tut man im Krieg? Man sprach, man verbrennt Dörfer und gewinnt Städte und verdirbt Wein und Korn und schlägt einander tot. Der Narr sprach, warum geschieht das? Sie sprachen, damit man Frieden mache. Da sprach der Narr, es wäre besser, man machte vorher Frieden, damit solcher Schaden vermieden bliebe. Wenn es mir nach ginge, so würde ich vor dem Schaden Frieden machen und nicht danach, darum so bin ich witziger als eure Herren. Hätten wir Deutschen vor dem Kriege Johannes Pauli als Reiselektüre gelesen, anstelle von Walter Blöms Eisernem Jahr, vielleicht wäre es gar nicht zum Kriege gekommen und wir hätten uns dieses Narrenmeinung zu Herzen genommen. Luther wurde 1483 in Eisleben als Sohn eines herrischen Vaters geboren. Er verbrachte seine Jugend missmutig, storisch, stets verprügelt und richtete schon früh sein Auge von der Misere außen nach innen. Sein Vater hat ihn hart geschlagen, das er oft wie ein Stein oder ein Stück Holz schien, aber hinter der harten Schale verbarg sich ein weicher und süßer Kern. Sein Hier steh ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, wird Beruf aller aufrechten Männer sein. Sein Reformationswerk war eine historische Notwendigkeit, aber die Historie wandelt sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Bismarcks Werk schien auf Felsen gegründet, wenige Jahrzehnte genügten, um es zu unterhöhlen, bis es 1918 mit einem gewaltigen Krach zusammenstürzte. Auch über Luthers Reformation ist das letzte Wort von der Geschichte noch nicht gesprochen. Unsere heutige evangelische Kirche spricht in ihrer aufklärerischen, kahlen, gottlosen Nüchternheit nicht für eine lange Dauer. Die Zeit will wieder fromm werden. Luther war ein religiöser Mensch. Die Lutheraner sind nichts als theologische Dogmatiker oder rationalistische Moralisten. Sie bezweifeln das Wunder, wollen Natur und Kirchengeschichte unter denselben Pfaffenhut bringen. Aber wer das Wunder bezweifelt, bezweifelt Gott selbst. Luther hat die damalige Christenheit, unterstützt von der humanistischen Vorrevolution des Geistes, von der römischen Knechtschaft befreit. Aber er hat den Deutschen den schlechtesten Dienst erwiesen, den er ihnen beweisen konnte, als er in den Bauernkriegen Partei für die Fürsten ergriff und durch seine sophistische Auslegung der Bibel im monarchistischen Sinne »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, es ist euch eine Obrigkeit gesetzt von Gott, der sollt ihr Untertan sein«, die Deutschen unter die absolute Tyrannei der Fürsten brachte und Tyrannei und Sklaverei nun gar noch ethisch zu fundieren trachtete. Hier trieb der einst in seiner Jugend vom Vater in ihm gezüchtete und herangeprügelte Autoritätswahn hässliche Blüten. Dass der Untertan den Deutschen noch heute so tief im Blute steckt, dass selbst die Revolution 1918 ihn nicht auszurotten vermochte, das ist nicht zum wenigsten auf die Philosophen des Staatsrechts und des Machtwahns Bismarck, Hegel, Luther zurückzuführen. Luther war aber ihr bedeutendster und also verderblichster Vertreter. Er scheint seine historische Stellung in mindestens noch zweifelhaftem Lichte, so ist seine Stellung in der deutschen Literatur ganz eindeutig fest und steil gefügt. Die Bedeutung der lutherischen 1534 vollendeten Bibelübersetzung kann gar nicht überschätzt werden. Es ist, als hätte Luther die neue deutsche Sprache überhaupt erst geschaffen. Aus so mangelhaften Vorlagen wie der sächsischen Kanzleisprache oder der obersächsischen Mundart zimmerte er wie ein Geigenbauer jenes klingende Instrument, auf dem entzückt und berauscht wir heute noch spielen dürfen. Er aber war der Tönemeister wie Arion und wenn er sprach dann schwieg die Nachtigall dann hub der Esel lauschend den behaarten Kopf dann verstummten selbst die Humanisten in ihrem lateinischen Geplauder und und Ulrich von Hutten konnte auf einmal Deutsch statt Lateinisch denken und dichten Ich hab's gewagt Die deutsche Sprache war den gelehrten Herren bisher zu grobschlechtig gewesen für ihre Spitzfindigkeiten Sie wollten nichts mit dem Pöbel gemein haben und es war ihnen gerade recht daß man sie in der Menge nicht verstand Nun aber hörten sie erstaunt gleichsam zum ersten Mal den Klang der deutschen Sprache Es war wie Möwenschrei über der Elbe wie Amselklang im Frühling wie Herbstwind in den Sandsteinfelsen wie Quellengeriesel im Eichenwald Und einer nach dem anderen tat sein Schweinsleder gebundenes lateinisches und griechisches Lexikon in den Bücherschrank zurück und legte die lutherische Bibel auf den Schreibtisch und fand darin sein Morgen und sein Abend Gebet Auch Luthers Flugschriften wie Von der Freiheit eines Christen Menschen flogen durch das Land und in Kirchen und auf Straßen sang es Komm Heiliger Geist kehr bei uns ein und sie die tumpen Bauern die im Vertrauen auf seine Lehre und ihren Lehrer sie in die Tat umzusetzen versuchten denn was ist die Idee ohne die Tat das ist wie Seele ohne Leib wie Duft ohne Blume sie starben als sie von ihm verlassen wurden hingeschlachtet von den Schwerthieben der Söldner mit dem Ruf eine feste Burg ist unser Gott Luthers kernige und fröhliche Tischreden die von seinen Freunden aufgezeichnet wurden beweisen was für ein großer Redner er war er steckte damit wohl alle heutigen Volkstribunen in die Tasche nur schade dass er selbst kein Volks sondern ein Fürstentribun war Luther starb 1546 in Eisleben von seiner geistlichen Lyrik nahm das evangelische Kirchenlied seinen Anfang ihre schönsten geistlichen Lieder verdankt die evangelische Kirche Paul Gerhard 1607 bis 1676 starb in Lübben als Prediger ein einfaches Gemüt paart sich mit einem streitbaren Gottes Eifer und einem unbeirrbaren poetischen Formgefühl wir alle die wir evangelische ach keine Evangelisten mehr sind haben als Kinder diese Gedichte in der Konfirmationsstunde auswendig gelernt und in der Kahlendorf Kirche gesungen in ihnen durfte sich das kindliche Gemüt Gott wahrhaftig nah fühlen die Musik dieser Verse strich uns wenn der lahme Küster die Orgel spielte die mit Vaterhänden über die Stirn und unsere kindlichen Sorgen beschwichtigte das singende Geständnis das unsere Lippen hauchten ich weiß daß ein Erlöser lebt Abends aber wenn nach des Tages Arbeit wir mit Vater und Mutter und mit den Knechten und Mägden vor der Tür in der lauen Sommerluft saßen eine Kuh verschlafen im Stall Mute die Hühner auf der Stange hockten den Kopf im Gefieder dann stimmte wohl mein Großvater an und wir fielen alle leise ein nun ruhen alle Wälder Vieh Menschen Städt und Felder Von der Lutherischen zur katholischen Kirche trat Angelus Silesius der cherubinische Wandersmann über Er schrieb nach seiner Bekehrung jene mystischen Zweizeiler in denen die ägyptische Plage des Dreißigjährigen Krieges einen so prägnanten überaktuellen Ausdruck fand Um diese Zeit begann Magister Opitz aus Brunzlau 1597 bis 1639 seine lehrhafte Tätigkeit Es ist heute leicht sich über eine Menge seiner Unarten und Albernheiten lustig zu machen Sein Verdienst um die Hebung des allgemeinen Niveaus kann nicht bestritten werden Ohne Opitz kein Gottschett Ohne Gottschett Kein Herder Ohne Herder Kein Goethe Paul Fleming aus dem sächsischen Erzgebirge 1609 bis 1640 wandelte als Planet im Gefolge der Opitzschen Sonne Aber es sollte ihm gelingen eigene Bahnen zu finden und sie zu überstrahlen Seine zärtliche Liebe zu Elsabe schenkte der deutschen Dichtung einige ihrer schönsten Liebesgedichte Fabrikanten von protestantischen Gesangbüchern haben es sich nicht nehmen lassen ihre dogmatische Giftmischerkunst daran zu versuchen und umgekehrt wie einst Christus Wein in Wasser zu verwandeln sie setzten nämlich für Elsabe Jesus und wenn im Liede Elsabe ihr Ja-Wort gibt so modeln sie es in Jesus gibt sein Ja auch drein zu dieser Verballhornung hat Jesus sicher sein Ja nicht drein gegeben er wird im Himmel sanft gelächelt haben denn er kennt seine Pfaffen Heimer In der Lyrik der Schlesier Hoffmann von Hoffmannswalden braunhaarig braunäugig rotwangig wird sie uns lieb und vertraut wir setzen uns gern zu ihr ins Gras und lassen uns von ihr ein ihr zu Ehr und Preis verfertigtes Lied des Herrn von Hoffmannswalden mit leiser Stimme ins Ohr singen Kaspar von Lohenstein huldigte seinerseits neben der Venus besonders den Göttern Mars und Moors er schrieb schwulstige Tragödien von schauerlicher Blutrünstigkeit Der Entfaltung der Sitten und der Entwicklung der Jugend war die damalige Zeit die Zeit des Dreißigjährigen Krieges nicht gerade günstig Im Großen und dem Kleinen wurde geplündert gemordet und vergewaltigt Der Fürst vergewaltigte das Land der Landsknecht die Bauernmarkt Zum Besten des Vaterlandes und zur höheren Ehre Gottes wurden die abscheulichsten Taten getan Der Wiener Hofkapuziner Abraham Assanta Clara wetterte in seinen Reden und Predigten mit Stentor Stimme und einem gewaltigen Aufwand an schnurrigem Pathos gegen die Sittenlosigkeit wobei er wenig genug ausrichtete Der Elsässer Moscherosch 1601 bis 1669 malte in seinen Geschichten Philanders von Sittewald die Verrottung der Zeit die ihre höchste dichterische Form in Christoph von Grimmelshausens abenteuerlichem Simplicissimus fand Neben dem Grübler Faust dem weisen Narren Eulenspiegel kann man den reinen Toren Parsifal als die dritte Verkörperung der deutschen Seele ansprechen Parsifal heißt bei Grimmelshausen Simplicissimus Alle die vielfältigen Anfechtungen besiegt und überwindet die einfältige Seele die groß und einfach in sich selber ruht wie eine Perle in der Muschel Der Hintergrund des Romans ist das zerrissene und zertretene Deutschland des Dreißigjährigen Krieges Andreas Christliche Symbol von der Vergänglichkeit des Menschen und der Eitelkeit Alles Irdischen Dieses ursprünglich religiöse und fast kirchlich dogmatische Gefühl vertieft sich in seinen Sonetten grandios künstlerisch zur Weltanschauung einer erschütterten Resignation und eines erhabenen schmerzlichen Pessimismus Die grauenvolle Zeit die in dem Krieg und dem Frieden in dem wir heute gezwungen sind zu leben und zu sterben eine Parallele findet duldet keines fröhlichen Weltfreundes rosaroten Optimismus Vanita Vanitatum Vanitas Es ist alles Eitel Dass auch der Seele Schatz so vielen abgezwungen Dies ist die bitterste Erfahrung die uns auch der große Krieg von 1914 bis 1918 gelehrt hat Lüge Heuchelei Mammonismus und Materialismus haben die Seelen regiert Und wo ist jemand der da sprechen kann dass die Seine im Schwert Tanz ums Goldene Kalb ganz frei davon geblieben Stoßt das goldene Kalb vom Sockel und setzt eine weiße Marmor Statue der Göttin der Liebe der Welt und Gott und Menschen Liebe an seiner Stadt und nehmt euch bei den Händen und schlingt um das Denkmal wie mit Rosen Ketten den Frühlingsreigen einer neuen Zeit Elegie und Ironie wohnen nah beieinander In Griffius Lust Spiel Horribili Kribrifax schwingt er spöttischen Mundes die Geißel über Halbbildung und Phrasentum die sich als Folge der Überschätzung alles Militärischen besonders beim Offiziersstand bemerkbar machten Der aufschneiderische Maulheld Horribili Kribrifax ist eine köstliche Figur die man auch heute noch leibhaftig herumlaufen sehen kann Einen bürgerlichen Maulhelden nahm sich Christian Reuter ein Leipziger Student geboren 1665 eine unstete vagabunden Natur die irgendwo im Elend verdarb und starb zum Vorbild Es ist der Senior Eustachius Schelmowski dessen wahrhaftige kurieuse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande auf das vollkommenste und akkurateste er an den Tag gab Diese lügenhafte Reisegeschichte die Schelmowski über Schweden die Britannie Rom bis nach Indien führt sie ist dem hochgeborenen großen Mogul dem älteren weltberühmten Könige oder vielmehr Kaiser in Indien gewidmet ist einer der besten komischen Romane der Deutschen und nebenbei ein ergötzlicher Zeitspiegel Auch Kryfius und Grimmelshausen spiegelten die Zeit Sehen wir in ihren Zeitspiegel steigt die Träne ins Lied Ende von Abschnitt 3 gelesen von Hukuspokus Abschnitt Abschnitt 4 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabunt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Wie ein Sturmwind braust Johann Christian Günther aus Striegau 1695 bis 1723 der Götterbote einer neuen Zeit in die deutsche Dichtung Er schmiedete ihr die Waffen mit denen sie später unter Goethe den himmlischen Sieg erfechten sollte Was wäre der Sturm und Drang ohne Günther Was Goethe ohne Günther geworden Er war sein Vorläufer, sein Johannes, der ihm die Wege bereitete Wie in Frankreich der Vagant François Villon So steht in Deutschland der ahasphärische Wanderer Johann Christian Günther Student und Vagabund der Unstädte, der Schweifende, am Anfang der neuen Dichtung Nur wer den Mut zu Ab- und Seitenwegen hat, der wird auch neue Wege finden Darum sind alle diese Pfadfinder von so schwankender Menschlichkeit und durchweg, wenn auch nicht immoralisch, so doch amoralisch gerichtet Sie sind verdammt, die Lasten und Laster einer Generation vorwegzunehmen und zu schleppen, die nach ihnen kommt Diese hat ihre Freiheit der Unfreiheit, ihre schwebende Leichtigkeit, der stampfenden Schwere jener zu danken Jene sind wie Stiere, diese wie Sonnenadler Der junge Goethe als Student in Leipzig, das ist eigentlich eine wörtliche Neuauflage des jungen Günther Der nie ein alter Günther werden sollte, denn er starb im 28. Jahre an einem Blutsturz Diesen Blutsturz erlebte auch Goethe in Leipzig, aber er überstand ihn und ging gekräftigt aus der Krise hervor Günther hatte all sein Blut verströmt Sein junges Leben und Dichten ist ein Verbrennen und Verbluten Er ist der erste Dichter, der sich bewusst außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stellt Und der dadurch jenen latenten Konflikt mit seinem starrköpfigen Vater heraufbeschwor Der nicht weniger zu seiner Erbitterung und Verbitterung und zu seinem vorzeitigen Zusammenbruch beigetragen hat Gar so leicht wurde es dem Kind nicht, von selbst gehen zu lernen in einer Welt, die sich ihm feindlich gegenüberstellte Und die Ablösung von der Nabelschnur, die ihn mit den Eltern mit dem Bürgertum verbannt, geschah nicht ohne Krämpfe und Schmerzen Er hatte Feinde ringsum Seine wilde Leier wünschten Tausende ins Feuer, denn sie rasselt allzu scharf Wie ein von allen gemiedener, räudiger Hund lief er oft einsam durch Deutschlands Straßen Da übermannte ihn wohl öfter die Verzweiflung, dass er zu sterben wünschte, da Leonore ihn selbst verlassen Aber er reißt sich wieder empor, die Tränen versiegen, die Faust ballt sich Ich will hoffen, Hoffnung siegt Und abends auf der Dorfstraße, wenn er ein schönes Mädchen am Zaun stehen sah, da konnte er wieder lächeln Er lächelte und lachte ihr zu und sang ihr zu Schönen Kindern Liebe singen ist das Amt der Poesie Und reichte ihr galant den Arm und spazierte mit ihr in den Wald oder auf den Kirchhof Und auf den Gräbern der Toten blühten die Küsse der Lebenden und Liebenden, wie Jasmin und Tulipan Und gelangt er bei seiner Wanderung in eine Universitätsstadt Versammelt er eine Genossenschaft junger, trunkener Menschen um sich Und singt ihnen das schönste deutsche Studentenlied Mit Günther gleichaltrig ist der Ostpreuße Johann Christoph Gottschädt, 1700-1766, der der deutschen Literatur Mit professoraler Weisheit und deutend erhobenem Zeigefinger Dies darfst du und dies darfst du nicht auf die Beine helfen wollte Ich weiß nicht, ob er Günther gekannt hat Jedenfalls hätte ihn seine Wildheit und sein Feuer bestürzt und erschreckt Denn er war für das Manierliche und Moralische Bürgerlich wohlanständig, klar, deutlich und nüchtern hatte die Poesie zu sein In seinem Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen Stellte er eine enge und beschränkte Theorie auf Und verlangte mit der Geste eines Diktators Dass sich jeder Dichter immer mal wieder strikt danach zu richten habe Ansonst der Herr Lehrer ihm eine Fünf ins Büchel schreibe Das Wichtige an Gottschädts dramaturgischen Leistungen ist das Wagnis, das Experiment Andere erst sollten aus seinen Erfahrungen lernen Der Liebling des Lesepublikums wurde Christian Fürchtegott-Gellert aus Sachsen, 1715-1769 Das ist nicht zu verwundern, denn er vereinigte die damaligen Richtungen harmonisch in sich Gottschädts Steifheit, Botmers moralische Fantasie, Hallers gebirgiges Barock und eine milde, pietistische Frömmigkeit, die seit Gerhard und Grüfius aus der Deutschen Dichtung nicht verschwunden war Zu seiner Volkstümlichkeit trug nicht wenig ein ehrenfester, lauterer Charakter bei In ihm durfte das Bürgertum sein Ideal sehen Selbst Friedrich der Große, der in seiner Schrift Von der deutschen Literatur vor der Deutschen Dichtung absolut keinen Respekt zeigte Verneigte sich huldigend vor dem kleinen Leipziger Professor der Beretsamkeit und Moral Seine Fabeln, Erzählungen und geistlichen Lieder plätschern sacht und sanft daher Hier und da mit einem Schuss gutmütiger Bosheit versehen Gerade so boshaft, dass es nicht wehtut Denn wehtun wollte diese personifizierte Güte niemandem Er war nicht nur ein Fürchtegott, sondern auch ein Fürchtemensch und Fürchtetier Dass das Tier in ihm wie in jedem Menschen lebendig war, beweist eine in mancher Fabel durchbrechende Lüsternheit, die zu unterdrücken seine ganze moralische Kraft notwendig war Denn er war zu krank, um einer animalischen Lust recht und wahrhaft leben zu können Wie Friedrich von Hagedorn aus Hamburg 1708 bis 1754 Der Anführer einer ganzen Schar galanter Herren Die in erster Linie Kavaliere in zweiter Erstdichter sein wollten Und die Anbetung der Muse und der geliebten Frau höchst zweckmäßig vereinten Auf dem Wege über die Romanen waren Horatz und Anna Creon zu den Deutschen gekommen Bei dieser Wanderung hatten sie manches von ihren ursprünglichen Reizen verloren Und manches an neuen Reizen hinzubekommen Anna Creon war in Frankreich ein leichtfertiger, eleganter Schürzenjäger Horatz im Gefolge der päpstlichen Höfe ein überaus witziger, wohlbeleibter, immer leicht angetrunkener Domherr geworden Dem ein Kranz voll Weinlaub die Tonsur verdeckte Und bei dem die schönen Damen von Rom und Ravenna gern und willig beichteten Denn er sprach sie lächelnd von vornherein aller Sünden ledig Anna Creon und Horatz sind die eigentlichen Väter des französischen und des deutschen Rokoko Die griechischen Götter, nach französischer Mode aufgeputzt Eros und Silen führten den trunkenen Reihen der Poeten Die sich griechische Namen gaben wie Damon oder Batyl Und ihren liebreizenden Schäferinnen Phyllis oder Chloe gerufen Das ländliche Leben wurde Mode, aber es war nur eine Art Aufputz Die Damen frisierten sich nur als Bäuerinnen, ihr Herz war von der Natur recht weit entfernt Jede Berührung mit der wahren Natur und ihrer Derbheit erschreckte sie Sie kleideten sich in Hirtenkleider, die ein Pariser Modekünstler entworfen hatte Und hütten auf wohlgepflegten Wiesen kurzgeschorene, weißgewaschene, saubere Lämmchen Mit rosa Bändern am Hals und einer kleinen Glocke daran Und die Hirtenstäbe der Herren waren mit Silber und Gold besetzt Die anakreontische Lyrik beginnt, ungeschickt angeschlagen Schon bei den Pegnitzschäfern in Nürnberg um 1644 zu erklingen Einer der sogenannten Sprachgesellschaften Die im Anschluss an die Meistersingerschulen entstanden Die Dichter dieser Gesellschaft, zu denen auch der gute Philipp Harstdörfer gehört Der Erfinder des nürnbergischen Trichters Mit dem er den bedauernswerten Zeitgenossen die Poesie künstlich eintrichtern wollte Führten je einen Hirtennamen und als Symbol je eine Blume im Dichterwappen Hagedorn und seine Kameraden sind nun ein wenig begabter als ihr Vorläufer im 17. Jahrhundert Die Hainbündler, die Stürmer und Dränger, der junge Goethe Sie konnten lange nicht von den hier angeschlagenen Tönen loskommen Aber außer Goethe gelang es noch einem Lyriker Seiner im Walde der Anakreontik geschnitzten Flöte eigene Töne zu entlocken Dies war Johann Georg Jacobi aus Düsseldorf 1740 bis 1814 Ihm war die Grazie, übrigens das Lieblingswort der Epoche, die so mancher Anakreontiker sich mühsam anlernen musste, angeboren, heißt es im Vorwort zu seinen sämtlichen Werken Verse wie die an ein sterbendes Kind gerichteten sind auch rhythmisch so kühn und neu, dass sie von Goethe sein könnten Gottfried Keller hat in seiner Novelle Der Landvogt von Greifensee ein reizendes Bild von einem ländlichen Fest gemalt Das der züricherische Dichter Salomon Gessner 1730 bis 1788 auf seinem Landhaus im Sielwald seinen Freunden gibt Dieser Salomon Gessner ist der Schöpfer der deutschen Idylle Sein Talent ist begrenzt, aber innerhalb der Grenzen seines Talents bewegt er sich mit vollendeter Sicherheit und Vollkommenheit Er gehört zu den allerliebenswürdigsten Erscheinungen der deutschen Dichtung Gessner war einmal eine europäische Berühmtheit Es wird nicht besser werden in der Welt, ehe es Gessner nicht wieder ist Wir werden erst dann den ewigen Frieden haben, wenn solche arkadische Dichter wie er wahrhaft populär geworden sind Ist Opitz als Privatdozent, Gottschät als außerordentlicher Professor der deutschen Literatur anzusprechen So darf man Gotthold Ephraim Lessing, geboren zu Kamenz 1729, den Titel eines ordentlichen Professors und vortragenden Rates mit dem Prädikat Exzellenz nicht vorenthalten Er ist nicht so langweilig wie die, die sich bei ihm langweilen Aber er ist auch nicht der beschwingte Genius und Fackelträger, zu dem man ihn hat empor dichten wollen Ernst, behutsam und bedächtig suchte er mit seiner Laterne das Dunkel der deutschen Dichtung zu erhellen Und es gelang ihm, über viele dämmerige und nachtschwarze Stellen Licht und Erkenntnis zu verbreiten Das besorgt er besonders mit seinen Briefen, die neueste Literatur betreffend Da rief er Shakespeare, den Zauberer aus dem Wunderland der Wirklichkeit, zum Zeugen auf gegen Gottschätts Schablonenidealität Da hob er den Mythos von Faust ans Licht, entdeckte entzückt das deutsche Volkslied und einen verschollenen Poeten wie Friedrich Logau Die Schrift Laokun oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie hat zu seiner Zeit ungleich alarmierender gewirkt als heute in den Primen der Gymnasien Die klare Unterscheidung von den Möglichkeiten, von Harmonie und Differenz zwischen Malerei und Poesie tat dazu mal bitter Not Denn die sogenannte beschreibende und malende Poesie, von Opitz einst eingeführt, von Haller, Matheson und vielen Minderen fortgeführt Drohte in ihren Auswüchsen die gerade nur erst hügeligen Ansätze völlig zu verflachen Indem er die Plastik als räumlich, die Dichtung als zeitlich, nicht im historischen Sinne, bedingt definierte Er öffnete er auch Perspektiven auf Raum und Zeit, auf Traum und Ewigkeit schlechthin Er rief den Dichtern zu, nicht rasten, nicht ruhen, Ruhe, Beharrung ist das Zeichen der bildenden Kunst Ihr müsst, berlinerisch gesprochen, Leben in die Bude bringen En avant, vorwärts, Attacke, Professor Lessing gerät hier in Feuer Auch in der hamburgischen Dramaturgie zeigt er sich reichlich temperamentvoll, wie er mit den französischen Klassikern herumfährt Dass ihnen nur so der Puder aus den Perücken fährt Er restituiert Aristoteles und versetzt die wahre tragische Handlung in die Seele des Menschen Den Regeln, die er in der hamburgischen Dramaturgie aufstellt, versucht er nun auch in einigen Dramen nachzuleben In Miss Sarah Sampson wagt er das Drama von jeder Staatsaktion zu entkleiden Und steigt ins Gut, ins schlechte bürgerliche Milieu herab Er wollte beweisen, dass nicht bloß eine Prinzessin, sondern auch ein einfaches Bürgermädchen seine Tragödie erleben kann Die französischen Klassiker reservierten prinzipiell das Tragische den Herren und Damen von Hofe und den Göttern In Minna von Barnhelm haben wir, trotz mancher Schwächen im Einzelnen, eine wirkliche Dichtung Professor Lessing lege seinen ersten Titel ab und sei fortan Dichter Lessing genannt Mit dem Prinzen von Homburg ist der Major von Tellheim einer der wenigen sympathischen preußischen Charaktere in der deutschen Dichtung In Emilia Galotti tritt Lessing unter der Maske des Odoardo als Richter den Fürsten seiner Zeit entgegen Und sei hier nicht mehr Dichter, sondern Richter Lessing genannt In Nathan dem Weisen fasst Lessing seine drei bisherigen Berufe noch einmal zusammen Hier ist er der Philosoph, der Dichter, der Richter in eins Hier predigt er die allgemeine Toleranz, die große Liebe Der christliche Tempelherr, der Mohammedaner Saladin und der Jude Nathan feiern den Bruderbund der Menschheit Die gute Idee ist nichts ohne die gute Tat Zu denken heiße gut sein Zwei Jahre nach der Vollendung des Nathan vollendete sich Lessing selbst Das größte an Klopstock aus Quedlinburg 1724 bis 1803 ist sein patriarchalisches Pathos Es scheint, als hätte er schon Schulpforter mit 19 Jahren als Patriarch und Weltweiser verlassen Denn in seiner Abschiedsrede klingt das hohe Bewusstsein einer erlauchten Berufung Ich will, so rief er, der Milton der Deutschen werden Und er ist es geworden Alles, was er gewollt hat, hat er gekonnt Wie ein Priester hat er seines Amtes gewaltet Und wenn er, seine Bardengesänge, die Bardete singend, den deutschen Göttern opferte War das Gotteshaus gefüllt mit andächtigen Jünglingen und Jungfrauen Die in ihm den Stellvertreter des deutschen Gottes auf Erden, den deutschen Papst sahen Er goß den deutschen Wein in griechische Pokale In seinen Oden, die die fremde Form vollkommen vergessen lassen So deutsch sind sie Er ist spröder als Hölderlin und dem heutigen Empfinden schwer zugänglich Aber die Bekanntschaft mit ihm wiegt dutzende heutiger Lyriker auf Seine zuchtvolle Strenge könnte der heutigen Auflösung gut tun Die jungen Dichter könnten viel von ihm lernen Vorausgesetzt, dass sie überhaupt etwas lernen wollen Der Meister Klopstock fühlte sich zeitlebens als der Lehrling der Griechen Sein episches Hauptwerk ist Der Messias Ein Gedicht von Sünde und Erlösung in zwanzig hexametrischen Gesängen Er schildert den Weg des Gottessohnes vom Himmel durch die Hölle zur Erde und wieder zum Himmel Am schönsten in seinen hymnischen und lyrischen Stellen Hin und wieder verleitet ihn das priesterliche Ornat zu gar zu zeremoniellen Gesten und oratorischen Phrasen Zwei seelische Richtungen suchten um die Mitte des 18. Jahrhunderts einander den Rang streitig zu machen Eine schwärmerische und eine rebellische Die schwärmerische ging von Klopstock und seinem Gefolge, dem Hainbund, Hölty, Voss, Matteson, dem Schweizer Salis Sevis, Claudius aus Die zweite blühte aus wilden Studentenkameradschaften empor und ihr Meister hieß Johann Christian Günther Sie selber aber nannten sich nach einem Sturm und Drang 1776 betitelten Drama eines der Iren des Maximilian Klinger Stürmer und Dränger Klinger war ein Freund Goethes und aus ihrem Kreise ist dann auch, betreut von Klinger, betreut von Herders wachsamen Auge der Stürmer und Dränger hervorgegangen, der sie alle überstürmen und zurückdrängen sollte Goethe Wie die Bruderbünde der heutigen jungen Dichter hatten sowohl die Hainbündler wie die Stürmer und Dränger die Brüderlichkeit, die Weltumarmung, die Menschlichkeit auf ihre Fahnen geschrieben und Freundschaft galt ihnen als ein heiliges Wort Die bedeutendsten Mitglieder des Hainbundes waren Johann Heinrich Voss aus Mecklenburg 1751 bis 1826 und Ludwig Hülti, der 1776 im jugendlichen Alter von 28 Jahren starb Der Apollo und Adonis des Bundes, gepriesen als der Liebling der Götter Voss, der auch später die Redaktion des Bundesorganes des Göttinger Musenalmanachs übernahm, darf eigenen dichterischen Wert höchstens als idylliker, Louise, der 70. Geburtstag, beanspruchen Zu den harmlosen, aber hübschen Hexametern war er angeregt worden durch seine Übersetzung der homerschen Odyssee 1781 und Ilias, die an Wert und Wirkung den hederschen Stimmen der Völker in Liedern wenig nachstehen und den Blick der Deutschen auch auf das griechische Heldenepos lenkten. Wenn Achilles und Hector in Deutschland so volkstümliche Figuren geworden sind, wie Siegfried und Hagen, wenn Zeus und Hera in der Götterwelt Wodan und Freier den Rang streitig machen, so ist's das Verdienst von Voss, dem Ganymed, der lockige Schenke, im Olympischen Saale dafür einen besonderen Humpen Nektar kredenzen möge. Im Patheon des Heinbundes standen die Hermen von Ossian, Klopstock und Herder. Dagegen erscholl an die Adresse Wielands in jeder Bundessitzung ein dreifach kräftiges Periat. Dieser war in ihren Augen ein allzu ungezogener Liebling der Grazien. Seine charmanten Frivolitäten, sein graziöser, klingender Stil, spielend wie eine Wasserkunst im Schlosse irgendeines Rokokofürsten, fanden nicht Gnade vor ihren Augen. Sie ziehen ihn der Sittenlosigkeit, der Undeutschheit und traten seine Dichtungen mit Füßen oder verfertigten sich aus seinen reizenden Perioden Fidibusse, mit denen sie ihre Knasterpfeifen entzündeten, und Don Silvio von Rosalva, der Jüngling Agaton und die zärtliche Musarion gingen wehklagend und seufzend in Flammen auf. Hatten die Heinbündler recht, dem armen Wieland so übel mitzuspielen? Doch wohl nicht. Im Grunde war er ihnen verwandter, als sie ahnen oder fühlen konnten. Auch er war ein Schwärmer wie sie. Aber er ging nicht wie sie durch eine, er ging durch tausend Schwärmereien hindurch und war vom Pietisten bis zum Wollüstling, vom hetären Priester bis zum Anbeter der mütterlichen Frau, so ziemlich alles, was man sein kann. Was seine vielen Wandlungen verklärt, er war alles mit der gleichen Leidenschaft und Wahrhaftigkeit. Als Lyriker hatten die Heinbündler für Wielands Kunst der Erzählungen kein Verständnis. Sein großer Roman Agaton, 1766, die Entwicklung eines Menschen zu sich selbst, in einem stark stilisierten Altgriechenland sich begebend, wird immer ein Markstein in der Entwicklung der deutschen Prosedichtung sein, die auch durch den komischen Roman Die Apéderiten, 1780, eine Verspottung des Spießertums, eine Bereicherung empfingen. Goethe weihte vor allen Schriften Wielands dem Heldenepos Oberon, 1780, den Lorbeer, und zwar im wörtlichsten Sinne. Nach seinem Erscheinen sandte er ihm einen Lorbeerkranz. Der Oberon ist das erste Werk, das man neben Mahler und Müllers Genoveva den Auftakt der Romantik noch mitten in der Klassik nennen könnte. Abendland und Morgenland gehen so fantastisch ineinander über wie die Wirkliche und die Geisterwelt. Unter den Heinbündlern waren einige, die zwar nominell ihm nahe standen, innerlich aber ganz dem Sturm und Drang zugerechnet werden müssen. Unter ihnen ist vor allem Gottfried August Bürger, 1747 bis 1794, geboren in Ballenstedt, zu nennen, dessen titanischem Wollen, wie den meisten der Sturm und Dränger, nur ein sehr menschliches Gelingen beschieden war. Hin- und hergerissen zwischen zwei Frauen schwebte er zwischen Himmel und Erde, bis ihn die Erde gnädig in ihren Schoß wieder zurücknahm. Er war einer ihrer liebsten, aber auch unglücklichsten Söhne. Seine Lieder an Molly sind von einer rasenden Leidenschaftlichkeit, der die Zügel durchgehen wie einem wild gewordenen Hengste. Vollkommen bewährte er sich in seinen Balladen. Auch die Nacherzählung von Münchhausens wunderbaren Reisen, 1786, muss ihm herzlichst gedankt werden. So wie wir dankbar bei dieser Gelegenheit des alten Museus, 1735 bis 1787, gedenken müssen, der die Volksmärchen der Deutschen, darunter die Schnurren vom grobschlechtigen, prachtvollen schlesischen Waldgott Rübezahl, damals gerade sammelte und nacherzählte. Waren die Heimbündler mehr besinnlich und lyrisch, so waren die Stürmer und Dränger mehr sinnlich und dramatisch, heute würde man sagen, mehr politisch, mehr aktivistisch gerichtet. Sie litten unter der sozialen und politischen Ungerechtigkeit des Zeitalters. Das Motto Schillers, das er über die Räuber setzte, in Tyrannos kann man über die ganze Richtung setzen. Stürmer und Dränger waren die deutschen Vorläufer und Brüder der französischen Revolutionäre von 1789, wie Wilhelm II. dem Erwachen der deutschen Dichtung aus dem patriotischen Winterschlaf nach dem siegreichen Krieg von 1870-71 zur Selbstbesinnung, zur Erhebung, zur Vergeistigung von seinem Standpunkt mit dem größten Recht misstrauisch gegenüberstand? Denn eine Revolution des Geistes pflegt eine solche der Tat immer auf dem Fuße zu folgen. So standen die damaligen Souveräne dem Ansturm der Stürmer ablehnend und erbittert gegenüber. Denn es ging um Gottesgnadentum, es ging um Autokratie oder Demokratie schon damals. Es handelte sich darum, ob die deutschen Fürsten ihre Untertanen als Schlachtenfutter nach Amerika verkaufen könnten, wie ein Schlachtenfutter Stück Vieh, um aus dem Erlös ihre fetten Huren und lasterhaften Gelage zu bestreiten, oder ob der Mensch ein Mensch wie sie, ob es nicht unvergängliche Menschenrechte gäbe, die niemand wagen dürfe anzutasten, der nicht ein Hunsfott oder Lump sein wollte. In den Räubern und in Kabal und Liebe zog Schiller gegen die verrottete Zeit vom Leder. Und es ist nicht zu verwundern, wenn Herzog Karl Eugen von Württemberg sich dieser Richtung gegenüber ähnlich äußerte, wie später Wilhelm II. Die ganze Richtung passt mir nicht. Schiller wurde 1782 14 Tage in Schutzhaft genommen. Als der Fürst ihm wenig später überhaupt untersagte, weiterhin Komödien zu schreiben, machte Schiller dieser Komödie ein Ende und floh aus Württemberg ins Ausland. Sein Gesinnungsgenosse, der Schwabe Christian Schubert, 1739 bis 1791, musste die Auflehnung gegen die Tyrannei mit einer zehnjährigen Gefangenschaft auf dem Hohen Asperg büßen. Er schleuderte den Fürsten die Ferse der Fürstengruft wie Kiesel von der Schleuder entgegen. Jakob Reinhold Lenz aus Sesswegen 1751 bis 1792 schrieb sein Drama »Die Soldaten«, indem er die Immoralität des Soldatenlebens attackierte. Sein Leben wie sein Dichten zerrann ihm schließlich wie Wasser zwischen den Händen. Die Erscheinung Goethes blendete ihn auf immer, sodass er die Welt der Erscheinungen nicht mehr zu sehen vermochte und einer utopischen Welt verfiel, die halbe Wahrheit und ganze Dichtung nicht mehr auseinanderzuhalten verstand. Wäre er nur der Lenz geblieben, der er war, vielleicht, dass er zu einem fruchtbaren Sommer gereift wäre, aber er wollte ein Goethe werden. Maximilian Klinger aus Frankfurt 1752 bis 1831, dessen eines Drama der Bewegung den Namen gab, war eine gefestigtere, bedächtigere Natur, obgleich seine Dramen selbst aus allen Fugen zu gehen scheinen. Im reiferen Alter wird er Taoist und resigniert. In seinen Betrachtungen sind aus den Ungetümern und Unholden, die die Fürsten in Sturm und Drang waren, schwache Menschen geworden, wie wir alle. In der Tendenz steht der Satiriker Georg Christian Lichtenberg aus Darmstadt 1742 bis 1799 den Stürmern nahe, besonders in seinen geistvollen politischen Bemerkungen. Als der eigentliche Prosaiker der Richtung muss Wilhelm Heinze 1749 bis 1803 betrachtet werden. Sein Renaissance-Roman Ardinghello und die glückseligen Inseln predigt die Idee der Kraft, der Schönheit, der leiblichen und seelischen Nacktheit, der Scham und Hüllenlosigkeit. Geschrieben in einem bezaubernden Stil, dessen Wohlklang nur noch von Gessner in seinen Idyllen und später von Jean-Paul erreicht wird, bezaubert er auch durch die amoralische Anmut seiner Gestalten und durch die tropisch bunte Ausmalung des Schauplatzes. Der Starke hat Recht, aber er siegt nicht durch seine Stärke, durch Ruhe Gewalt allein. Sie muss sich mit Natürlichkeit, mit Geist, der Mut muss sich mit Anmut paaren. Heinzes Genie war eine brünstige Flamme, aber wer feuersicher ist, und nur der sollte sich ins Feuer wagen, der wird nur gestehlt und gefestigt durch sie hindurch gehen. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabunt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Johann Gottfried Herder von 1744 bis 1803, ein geborener aus Preuse, ist einer der Lehrmeister der Deutschen. Wären die Lehrer und Schulmeister der Deutschen alle geartet wie er, was ließ es sich aus ihnen machen? Aber der Teufel stopft ihnen Wachs in die Ohren und verklebt ihre Augen mit Pech, also dass sie taub und blind dem erstbesten Eseltreiber folgen, der sie in Abgrund führt. Über der festen Grundlage einer allgemeinen philosophischen und philologischen Bildung wölbte sich bei Herder in den Gewittern seiner Zeit der Regenbogen eines großen Geistes und eines hellen Herzens. Auf seiner Reise nach Paris lernte er Diderot, einen der geistigen Urheber der französischen Revolution kennen. In Straßburg geschah jene denkwürdige Begegnung mit Goethe. Der schwärmerische Jüngling empfing aus dem Munde des gereiften und gelehrten Mannes den mächtigsten Ansporn, die liebevollste Leitung. Herder war gleichsam ein Denker des Gefühls. Manchmal schlägt der Blitz der a priorischen Logik in seinen Gedankenwald, ihn und uns belehrend, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber um den verkohlten Stamm schlingen sich liebend und lieblich die reinsten Gefühle, die weisesten Winden. Sein Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker im Jahre 1773 bedeutet weit weniger durch die aufgestellten Thesen, Unterschied zwischen Kunst und Volksdichtung, als durch die flammende Liebe, die hier und anderswo in seinen Schriften die Wissenschaft durchlodert. Sein Aufruf, die alten Volkslieder zu sammeln, war eines der wichtigsten Manifeste des deutschen 18. Jahrhunderts. Er ist auch Schöpfer dieses Wortes, Volkslied. 1778 bis 79 durfte er dann selbst in seinen Volksliedern, Stimmen der Völker in Liedern, dem deutschen Volk ein prachtvolles Dokument der Volkslieder aller Zeiten und Zonen vorlegen. Die fremdländischen Lieder in Übertragung von ihm selbst. Schon vorher war er in den Fragmenten über die neuere deutsche Literatur gegen Affekt und Effekthascherei gegen die französische und griechische Mode aufgetreten und hatte das Roussorsche Zurück zur Natur für die deutsche Dichtung formuliert. Zurück zur Natürlichkeit, zu den Quellen deutscher Sprache und deutschen Volkstums. Die Kunstdichtung kann nur auf den Acker der Volkssichtung gedeihen. Zerstört die gläsernen Treibhäuser und lasst das freie Wetter über die Blüten eures Geistes brausen. Welche Blüte darin umkommt, die ist nicht wert, dass sie geblüht hat. 1776 kam Herder auf Goethes Veranlassung als Generalsuperintendent nach Weimar. Hier schrieb er, von Goethes Gedankenarbeit kameradschaftlich unterstützt, die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, den ersten groß angelegten Versuch, die Geschichtswissenschaft aus einer Statistik von blutrünstigen Raub- und Eroberungskriegen und den Daten der erlauchten Herrscher zu einer Geisteswissenschaft, zu einer Wissenschaft von Werden und Wesen der Menschheit zu erweitern. Eine Kapitelüberschrift wie diese, die Erde als Stern. Wie viel besagt und beleuchtet sie schon im Gegensatz etwa zu König Otto der Faule von 1430 bis 1450, der üblichen Überschrift der in Deutschland so beliebten monarchistischen Geschichtsschreibung. Die letzten Lebensjahre Herders verbitterte seine Entfremdung von Goethe und Schiller. In Schiller befehlte er den Schüler Kanz, in Goethe sah er sich selber strahlend überwunden. Als er die Augen schloss, setzten sie ihm auf seinen Grabstein seinen Wahlspruch, den ewigen Wahlspruch aller Jünglinge. Herder war auch als Kreis ein Jüngling geblieben. Licht, Liebe, Leben. Friedrich Schiller, 1759 bis 1805, ist er Dichter der Jugend, denn er ist ein revolutionärer Dichter. Und die Jugend wird gegenüber einem konservativen oder stagnierenden Alter immer revolutionär gesinnt sein. In den Räubern wird jemand aus Verzweiflung über die Schlechtigkeit der Welt zum schlechten Kerl, um den Teufel mit Pilzebub auszutreiben. Wäre dieses Drama heute geschrieben, man würde es ein bolschewistisches Drama nennen. Schiller war Ehrenbürger der französischen Revolution, der er als Idee begeistert huldigte und von der er sich später, als die Realität weit hinter der Idee zurückblieb, wie es in Revolutionen immer zu sein fliegt, angewidert wegwandte. Diese Räuber wollen die ganze Welt zugrunde richten, um auf den Trümmern eine neue, bessere Welt zu erbauen. Karl Mohr schreitet in mancherlei Verwandlungen durch Schillers Werke. Er ist Fiesco, der Verschwörer, der sich hier den Mantel des Monarchen um die Schulter schlägt. Er ist Ferdinand, der gegen die konventionelle Disputie und die Disputie der Konvention rebelliert. In Carlos und Marquis Posa hat sich der geistige Revolutionär gar dupliziert. Verteidigen die Räuber noch die notwendige Eventualität eines gewalttätigen Umsturz. So erscheint Don Carlos dagegen auch in der Sprache durch seine Jampen gemildert als Drama einer geistigen Revolution. Von innen heraus sollen Staat und Menschheit, Staatsbürger und Menschen erneuert werden. Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Aus den freien Gedanken wird die freie Tat sprießen. Wie Spinoza auf Goethe, so hat das Studium der Kantschen Philosophie auf Schiller den nachhaltigsten Eindruck gemacht. Kants ethische Maximen, besonders der kategorische Imperativ, werden in seinen späteren Gedichten und Dramen immer wieder illustriert und paraphrasiert, die oft nur um der ethischen Forderung und Willen geschrieben scheinen. Zwölf Jahre nach dem Don Carlos, im Jahre 1799, vollendete Schiller den Wallenstein, die Schicksalstragödie des Herrscherwillens. Der Schatten des Aufsteigend Bonaparte fiel über das Werk. Auch Wallenstein ist ein Rebell, aber vor dem Mieux. Er kann einen größeren, einen mächtigeren nicht vertragen, denn er fühlt sich, das Prinzip der Macht regelmäßig verkörpert. Er fällt durch den Verrat seines Freundes Piccolomini. In den drei Teilen von Wallenstein ist Schillers Werk gegipfelt. Den vielen männlichen Rebellen in Schillers Dramen tritt eine Revolutionärin zur Seite, Maria Stuart, der weibliche Typ des Revolutionärs, deren Aktion, die Passion, die die revolutionäre Tat durch ein revolutionäres Herz ersetzt. Nach Maria Stuart, 1800, wendet sich Schiller noch einem weiblichen Helden zu, der Jungfrau von Orléans, der Verkörperung religiöser Vaterlandsliebe. Im Tell, seinem letzten Drama, gestaltet Schiller noch einmal die Idee der Freiheit und nimmt noch einmal die Partei der Unterdrückten aller Länder. Dieses Drama berührt sich in mehr als einem Punkt mit seinem Erstlingsdrama, den Räubern. Keine philologische oder moralische Spitzfindigkeit wird übrigens darüber hinwegtäuschen können, dass dieses Drama in der Tat des Tell den politischen Meuchelmord verteidigt, ja verherrlicht und keines dürfte sich besser für eine Festvorstellung vor Terroristen gegeben eignen. Der individuelle Terror findet hier seine glänzendste Gloriole. Tell scheint mir nichts als eine aus der Tiefe seines Unterbewusstseins getretene Figur seiner Jugendzeit, die gegen Gessler, Herzog Karl Eugen, dem symbolhaft verdichteten Bild des deutschen Duodets-Tyrannen, den tödlichen Pfeil richtet, um sich endgültig von ihm zu befreien. Als Lyriker steht Schiller hinter dem von ihm verkannten Hölderlin, hinter Goethe Günther Eichendorff zurück. Seine Gedankenlyrik gibt mehr Gedanken als Lyrik. Als Balladendichter darf er hohen Rang beanspruchen. Seine Größe liegt in seinen Dramen. Man hüte sich, ihn weder zu über noch zu unterschätzen. Unschuldig schuldig ist er an jener Kriegsvereinspartätik, die sich, besonders seit 1870, in die geschwellte Brust warf und Schillersche Formen und Schillersches Pathos mit leeren, chauvinistischer Radamuntanten füllte. Gegenüber solcher Ideeligkeit kann die götische Sachlichkeit nur heilsam wirken, wie sie auch auf Schiller selbst heilsam gewirkt hat. Um diese Zeit lebten auch, fern aller literarischen Bestrebungen, aber mit der Tradition der deutschen Dichtung auf Tiefse verwachsen, zwei der liebenswürdigsten deutschen Dichter, die man, wie die siamesischen Zwillinge, immer nur zusammen nennen kann. Matthias Claudius von 1740 bis 1815, der Wandsbecker Bote, und Johann Peter Hebel, 1760 bis 1826, der rheinische Hausfreund. In der Gesamtausgabe der Schriften des Wandsbecker Boten befindet sich am Eingang eine Zeichnung von Freund Hein, dem Tod. Obgleich die Zeichnung ein Skelett darstellt, ist der Tod gar nicht schrecklich anzusehen. Streng, aber freundlich steht er da. Mit Freund Hein stand Claudius auf vertrautem Fuße. Er war ihm der Freund Hein, trotz aller Schmerzen, aller Dunkelheiten, die er bringt. Sein Abendlied gehört zu den deutschesten deutschen Gedichten. Sein Rheinweinlied, das trunkenste Trunklied. Schon in der Schule haben wir uns mit Claudius befreundet, wie mit einem guten alten Onkel, als er uns die lustige Geschichte erzählte vom Riesen Goliath und dem Zwerg David und von Urian, welche die weite Reise machte. Johann Peter Hebel, Volksfreund und Volksdichter wie er ist, ist sein jüngerer Bruder. Ich kenne keinen Schriftsteller in Deutschland, der zu erzählen weiß, wie der ehemalige Theologie-Professor Johann Peter Hebel. Gewiss, er predigt zuweilen Moral, aber in welcher Sprache? Das ist ein Deutsch, wie es einfacher und tiefer, zweckloser und klangvoller nicht erdacht und geschrieben werden kann. Und die Moral, die er einer schönen Geschichte zuweilen anhängt, fürnebensächlich ist sie und nur als Schlusspunkt von Bedeutung. Die Hauptsache ist ihm der Mensch oder das Ding an sich, das er betrachtend formt und schmerzlich, sinnend oder lächelnd in seinen Vortrag stellt. Wir sind alle wie Kinder vor ihm und wenn wir in der Dämmerung in den Himmel sehen und die Sterne hervorkommen, die Venus oder die Juno, die funkelnden Himmelsfrauen und wir ihn fragen, Vater, was ist mit den Sternen und mit dem Himmel? Dann wird er uns über die Haare streicheln und leise sprechen. Der Himmel ist ein großes Buch über die göttliche Allmacht und Güte und stehen viel bewährtere Mittel darin gegen den Aberglauben und gegen die Sünde. Und die Sterne sind goldene Buchstaben in dem Buch, aber es ist arabisch. Man kann es nicht verstehen, wenn man keinen Dolmetscher hat. Ein solcher Dolmetscher ist unser rheinischer Hausfreund, der alte Johann Peter Hebel. Wenn Goethe, geboren 1749 in Frankfurt, heute lebte, würden ihn die kritischen Anwälte der jüngsten deutschen Dichtung wegen seiner Vielseitigkeit der Gesinnungslosigkeit sein. Er schrieb nebeneinander, am Werter, am Faust, an einem groben Fastnachtsspiel. Er trug die größten Gegensätze in sich, aber es war ihm gegeben, sie alle bis zur Reife auszutragen. Er erkannte die Notwendigkeit und Größe des deutschen Volksliedes so gut wie die erlauchte Habenheit einer pindarischen Ode oder die nüchterne Trunkenheit eines Horats. Er bewegte sich in der Gedankenwelt eines Plato, die alle Dinge auf eine Urede zurückführt, so sicher wie in den Welten Spinozas, welcher lehrte, vor jedem Baum, vor jeder Blume, vor jedem Käfer, anbeten ins Knie zu sinken. Denn Gott ist in ihnen und über ihnen und durch sie, wie in mir und über mir und durch mich. Zucht und Gebundenheit der Antike, das über alle Grenzen schweifen der deutschen Volksseele, Dionysos und Faust, Eros und Eulenspiegel, durchdrangen sich in ihm zur höheren Einheit. An seiner Wiege haben die neuen Musen wie die sieben Schwaben Pate gestanden. Er brauchte nur Tischlein deck dich rufen, wie in dem deutschen Märchen, so war der Tisch des Lebens für ihn gedeckt. Er war der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Er war in jenem Tage, in jeder Minute und Sekunde seines Lebens mit sich selbst und seinem Ziel einig. Es gab kein Schwanken in ihm, immer Schritte festen und schlanken Schrittes, Efebe und Mann geradeaus immer den Blick auf das Herz der Welt gerichtet. Seine Fähigkeit, Leid und Schmerz von sich abzustoßen, da sie seine klare Teich nur trüben konnten, in denen so rein sich Mond und Sonne spiegelten, ging bis zur Brutalität gegen sich und seine Mitmenschen. Er musste sich ganz behaupten. Er handelte in Notwehr. Im Alter nahm eine künstlich konzipierte Steifheit zu Hilfe, um jene Menschen von sich fernzuhalten, die ihn seiner selbst beraubten. Es war jene hochmütige Geheimratsgeste, von der so mancher Besucher seines Hauses in ihren Briefen und Tagebüchern entsetzt und enttäuscht erzählten. Er saß wie Archimedes im Garten auf einer Bank und zeichnete mit einem Stock im Sande seine Kreise, die niemand stören durfte als der Wind oder der Regen, denn diese waren Naturkräfte wie er. In seinem Leben spielen die Frauen eine entscheidende Rolle. Seine Männerfreundschaften mit Herder, mit Merck, mit Knebel, Tischbein und so weiter waren trotz aller Herzlichkeit oder Interessiertheit doch nur Episoden. Von allen Männern, die seinen Weg kreuzten, ist für uns Nachlebende der getreue Eckermann der wichtigste, der jahrelang sein Sekretär und Famulus in seinen Gesprächen mit Goethe uns die lebendigste und persönliche Darstellung seines Wesens und Wirkens hinterlassen hat. Goethe Genie fand seine Befruchtung und Erlösung aber immer erst durch die Genien der Frauen, die er liebte. Sie sind die unbewussten Mithelferinnen an seinem Werk. Das deutsche Volk hat alle Ursache, sich vor ihnen in Dankbarkeit und Ehrfurcht zu verneigen und sogenannten Literar-Historikern, die sich nicht schämen, Schmutz auf sie zu werfen, gebieterisch die Tür zu weisen. Käthchen Schönkopf, seine Leipziger Studentenliebe, ewig zwitschern wie ein Kanarienvogel, aber launisch wie ein Papagei. Frederike Briand, die erlegische Sesenheim-Pfarrerstochter, die blonde Charlotte Bouff, Braut seines Freundes Kästner, der wir den zärtlichen Briefroman Werther verdanken, die wie aus einer griechischen Gämme geschnittene Frau von Stein, die glücklichste und unglücklichste Liebe seines Lebens. Die treue und gute Christiane Vulpius, der er so wacker seinerseits die Treue hielt, allen Intrigen des Weimarer Hoflebens zum Trotz, die er, der Minister als Geliebte in seinem Haus zu nehmen wagte, die er endlich, längst nachdem sie ihm einen Sohn geboren, dankbar zu seiner rechtmäßigen Gattin machte und die ihm unendlich mehr bedeutet hat, als eine oberflächliche Literaturhistorik wahrhaben will. Sein einsames Herz bedurft ihrer Herzlichkeit, sein Sinn ihrer Sinnlichkeit und dann die vielen Namenlosen, die er liebte, die Frauen in Thüringen, in der Schweiz, in Italien und endlich die Sulaika des westöstlichen Divans, die den alternden Dichter zur letzten, wilden Trilogie der Leidenschaft entflammte. Welch ein Reigen von Frauen! Wir wollen keine Geringe achten, auch jene Namenlosen nicht. Ihnen allen sei der Kranz des Lorbeers auf die schöne Stirn gedrückt. Im deutschen Sängerkrieg auf der Wartburg hat Goethe sich in allen Arten den ersten Preis versungen. Im Drama durch Faust und Iphigeni, in der Prosa durch Wilhelm Meister und die Wahlverwandtschaften, in der Lyrik durch Ganymed, Wanderers Nachtlied, An den Mond, die Trilogie der Leidenschaft und vieles andere. Er beherrschte die konträrsten Stile, sang wie ein Kind zu Kindern. Ich komme bald, ihr goldenen Kinder. Und ganz aus dämonischer Tiefe, die Worte steigen wie Nickelmänner und Elfen aus einem tief, tiefen Brunnen, so tief wie der Brunnen auf der Burg von Nürnberg, dessen Ende wir nicht sehen. Sieh, die Sonne sinkt, ehe sie sinkt, ehe mich kreisen, ergreift im Moore Nebelduft. Entzahnte Kiefer schnattern und das schlotternde Gebein, trunkener vom letzten Strahl. Reiß mich, ein Feuermeer, mir im schäumend Auge, mich geblendeten, taumelnden, in der Hölle nächtliches Tor. Das ist in der Postchaise am 10. Oktober 1774 von ihm gedichtet. Und ich wette, wenn ich es einem Dichter der jüngsten Generation vorlese, einem meiner nächsten Brüder, und er kennt das Gedicht nicht zufällig. Er wird es nicht kennen, denn sie kennen wie er Goethe, noch Gessner, noch Matthias Claudius, noch Grüfius, noch Günther, noch Walter von der Vogelweide mehr. Kurz, ich meine, er wird ganz erschüttert das Gedicht für einen Gipfel der expressionistischen Lyrik erklären, während ihm die Verse, ich komme bald, ihr goldenen Kinder, nur ein mitleidiges Lächeln entlocken werden. Und er wird, soll er auf den Verfasser jener raten, auf Werfel raten. Der Expressionismus, das heißt, die Ekstase als These, der Schrei des Herzens als oberstes Prinzip, und in der Form, das Schleudern erratischer Blöcke, das ist nicht erst von heute. Das haben Goethe, Hölderlin, Klopstock schon gekonnt, und gar die Griechen und Chinesen, Pinder, die Taipeh. Auch eine beliebte Spielart des heutigen Dichters, der politische Dichter, findet sich schon vorgebildet 1770 in einem Gedicht des Schweizer Lyrikers Salles Sevis an die Unterdrückten aller Länder, das Hasen clever geschrieben haben könnte, ganz zu schweigen von der politischen Dichtung der 48er Jahre, von der noch die Rede sein wird. Ihr Märtyrer für Menschenwürde, vertraut der Wahrheit unter Zeit, vergänglich ist es Druckesbürde, doch ewig die Gerechtigkeit. Diese kleine Abschweifung schien mir notwendig, vor allem auch für den Teil des heutigen Lesepublikums, der der jüngsten Dichtung mit Achselzucken, Lächeln und Überhebung gegenübersteht, unter Berufung auf den klassischen Maßstab. Dieser Maßstab ist falsch. Die heutige Dichtung der Expressionisten ist nicht unverständlicher oder absonderlicher als irgendein hymnisches oder ekstatisches Gedicht von Goethe, mit dessen Grundformen sie sich berührt. Dutzende ihrer einzelnen Erscheinungen sind läppisch oder unerfreulich. Dies darf nicht Kindern anzuerkennen, dass ihr Kern so echt ist, wie der jeder echten Dichtung. Dass sie als Reaktion auf den Mechanismus und Rationalismus der vorkriegerischen Zeit absolut historisch notwendig war und ist. Und dass sie die Unterstützung durch das Volk braucht und verdient. Wir stehen heute kulturell in einem Wellental. Nun dann wird auch die deutsche Dichtung, die zweifellos seit der tristen Zeit von 70 wieder am Ausschreiten ist, wieder zu einem Gipfel kommen, wenn sie getragen wird. Von Förderung und Zuruf der Mitlebenden. Vom Vertrauen und Verständnis des Volkes. Denn wo eins das andere nicht mehr begreift, da geraten sie beide auf ihr Wege. Lest Bücher, Deutsche. Lest die Bücher eurer Dichter. Und ihr werdet glücklicher und manchmal glücklich werden. Vergesst nicht die Bücher jener Dichter zu lesen, die in eurer Zeit, die eure Zeit leben. Der Jungen, die sich nach eurer Gemeinschaft sehnen. Der Alten, denen euer herzliches mit Gefühl die alternde Brust wärmt. Wir kommen von Goethes Lyrik, wir wollen wieder zu ihr zurück. Immer wieder wollen wir zu ihr. Denn jeder Gang zu ihr ist wie ein Heimweg ins Vaterhaus. Mit dem vielleicht herrlichsten goethischen Gedicht, dem Lied des Türmers, sind wir mitten im Faust, der Inkarnation des deutschen Wesens. Durch dieses Drama schreitet der Dichter selbst in tausenden Gestalten. Er ist der junge Dr. Faust, der im sinnierenden Gespräch sonntags vor dem Straßburger Tor spaziert und dennoch die Augen so weit offen hat, die hübschen Sonntagsmädchen zu betrachten. Es ist der Goethe, der mit seinem Kommiltonen, Frosch und Brander im Leipziger Ratskeller Soff bis er unter den Tisch fiel. Es ist Goethe, der Friederike-Grähtchen verführt, der der Walpurgisnächte viele in Thüringen und im Harz erlebte, der als Minister am Hof des Kaiserherzogs wirkte und der endlich als Philemon einen greisen Arm beschließen darf, in der seligen Gewissheit, dass er die Ernte bis zum letzten Halm in die Scheuer gebracht hat. Die Idee des Faust ist die Idee des Menschen schlechthin. Aus dumpfen Dunkel steigt er in Polens Licht. Mögen Wolken es oft verschatten, mag der Wanderer auf dem steilen Wege straucheln. Nur nicht müde werden, nicht nachlassen, aufwärts, vorwärts, aufwärts. Der Weg, das ist das Ziel, der Wille, das ist der Zweck. Wer immer strebt, sich bemüht, den können wir erlösen, singen die Engel in der höheren Sphäre, Fausts Unsterbliches tragend. Wer je auf einer Puppenbühne, wie sie in den bayerischen Messen noch umherziehen, das alte Puppenspiel vom Dr. Faust in fast ursprünglicher Form noch gesehen hat, wird wissen, wie viel Goethe ihm stofflich und kompositorisch verdankte. Er hat den Kasperl, im Puppenspiel Diener des Fausts, aus seinem Spiel eliminiert und seine Rolle Mephistopheles übertragen. Trotz Goethe besteht dieses Puppenspiel künstlerisch noch heute jede Kritik. Eulenspiegel, Kasperl und Faust, den komischen und tragischen Charakter des deutschen Wesens nebeneinander zu stellen, ist ein Beweis für die naive Genialität des Puppenspiel-Dichters, der seinerseits auf dem 1587 erschienenen Volksbuch von Dr. Faust und den Fastnachtspielen des Mittelalters Fuß. In Goethe von Berlichingen, 1773 erschienen, schrieb Goethe nach shakespearischem Muster das erste Zehendrama und löste den strengen Aktbau eines Lessing in viele lebendige Einzelzenen, deren Lichter in der Schlussszene zu einer großen Flamme zusammenlohen. Der Egmont, 1788 erschienen, zeigt viel Verwandtschaft mit dem Götz in Szenenführung und Charakterisierung. Durch seine sittliche Kraft erhebt sich der unterlegene Egmont über den tyrannischen Sieger Alba. Die Liebe Egmonts zu einem kleinen Bürgermädchen symbolisiert die Liebe Goethe zu Christiane. In dem obernhaften letzten Bild erscheint ihm auf dem Weg zum Schafott die Geliebte, die in Siegnen der beiden herrsten Ideale, Liebe und Freiheit in ihren Händen haltend. Neben dem Faust gebührte Iphigenie unter dem götischen Dramen der Kranz. Das Gretchen im Faust ist ein einfaches Kind, voll unbewusster Reinheit und Jungfräulichkeit. In Iphigenie wird die Reinheit sich bewusst und laut aus der Wille und durchdachteste und durchfühlteste Wahrheit. Lieber arges Leiden als böses auch nur Denken. Auch das Beste nicht durch Lügen erreichen wollen, ist das thematische Motiv. Sprachlich ist das Werk von der ersten bis zur letzten Zeile vollkommen. Die schönsten Jampen der deutschen Sprache erklingen und sollten deutsche Dichter je einmal wieder Jampen schreiben wollen, sie mögen zuerst die Iphigenie lesen und sie werden es schamvoll bleiben lassen. Das Drama Tasso ist der Iphigenie verwandt, stilistisch und geistig. Die Handlung soll an einem mittelalterlichen Hof vor sich gehen, aber sie passt recht eigentlich im Herz des Dichters. Die Prinzessinnen sind nur Figuren seiner eigenen Fantasie und auch sein Freund Antonio kriecht aus einer dunklen Ecke seines Gefühlslebens. Iphigenie und Tasso wurden von der Nation ziemlich kühl ausgenommen. Die Revolution in Frankreich hielt die Welt in fieberhafter Spannung. Wir haben schon längst wieder eine neue Revolution, die jener an Gewalt nicht nachsteht. Die Befreiung des Bürgers, die 1789 erfolgte, soll die Befreiung des Arbeiters folgen. Aber alle Revolutionen überdauern wird das heilige Lächeln der Iphigenie und das Schrei des Dichters in Tasso. Denn wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir in Gott zu sagen, was ich leide. Denn hier geht es nicht um die Befreiung einer Klasse, sondern um die Befreiung des Menschen. Goethe selber war kein politischer Mensch in des Wortes strengster Bedeutung. In Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahren, dem groß angelegten Sittengemälde seiner Zeit, wird das Verhältnis des Menschen zum Staat oder Staatsbegriff nicht einmal gestreift. Das Theater steht im Mittelpunkt des Interesses. Der Held entwickelt sich vom Theater zum Leben hin, vom Schein zum Sein. Zart und zärtliche Frauen wie Feline und Mignon begleiten und fördern seinen Weg. Wie die Lehrjahre in ihrer berstenden Fülle das prosaische Seitenstück zum Faust bilden, so die Wahlverwandtschaften in ihrer Gedrungenheit und klaren Kürze das Seitenstück zu Iphigenie. Goethe starb nach der Vollendung seines Fausts im 83. Jahre, am 22. März 1832. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Old Zach Abschnitt 6 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabund. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Mit Heinze und Gessner bildet Jean-Paul aus Wunsiedel 1763 bis 1825 das Triumvirat der romantischen Prosadichter, von dem die heute lebenden Deutschen so gut wie keine Ahnung mehr haben. Sonst wären sie bescheidener in ihrer Selbstkritik und im Glauben, wie herrlich weit sie's gebracht. Jean-Paul ist der Größte unter den Dreien und einer der größten deutschen Dichter überhaupt. Freilich, es ist nicht leicht, zu ihm zu gelangen. Er hat sein Schloss mit Dornenhecken, Fallgruben und Selbstschüssen umgeben. Sein Park ist von üppiger Wildnis. Gepflegte, glatte Wege gibt es da nicht. Rehe grasen vor seinen Fenstern und die Schwalben fliegen ihm ins Arbeitszimmer und auf seiner Schulter sitzt, wenn er schreibt, eine Dohle. An den Wänden hängen Spinnweben. Nachts, wenn er im Garten wandelt, ist der Mond sein Gefährte. Seine Gefährtinnen sind Elfen, die ihn umspielen und deren Schönste ihn menschlich liebt wie ein Mensch einen Menschen. Sie heißt Liane. Und da der Mond nun zum Zenit steigt und die Bäume von seinem Glanze tropfen, da winkt sie leise den Genossinnen und sie entschwinden, vergehen strahlend im Mondstrahl. Sie zieht den Dichter ins Moos hinab, wo die Leuchtkäfer zwischen ihren Küssen brennen. Und der Mond sinkt herab und die Sonne steigt herauf. Wie eine rote Rose erblüht sie zwischen den Narzissen der Morgendämmerung. Jean-Paul war im Anfang des 19. Jahrhunderts der berühmteste, geliebteste und beliebteste deutsche Dichter. Zu seinen Füßen saßen die schönsten Frauen und sie seufzten und zerdrückten heimliche Tränen in den Wimpern, wenn er ihnen aus seinem Titan und aus dem Siebenkäse vorlas mit tönender Stimme oder zu ihnen über das Immergrün unserer Gefühle sprach. Aber nicht nur die Damen lauschten ihm. Er hatte bei aller Empfindsamkeit das sichere Bewusstsein der Grenzen unserer Empfindungen und der ewige Zwiespalt zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, er war auch ihm offenbar. Er überbrückte ihn mit seinem Lächeln und seinem Gelächter. Seine komischen Erzählungen geben Kunde davon. Jean-Paul war ein glücklicher Mensch. Das Leben und die Liebe und der Ruhm, er genoss sie in vollen Zügen. Seinem lyrischen Bruder im Geiste, Friedrich Hölderlin, aus Laufen am Neckar, 1770 bis 1843, genannt der Unglückliche, blieb alles dies versagt. Mit vollen Segeln wollte er über die Wogen der Welt segeln. Wünscht ich der Helden einer zu sein und dürfte es frei bekennen, so wär ich ein Seeheld. Aber zerfetzt trieb sein Segel zurück. Er war zu schwach gewesen. Und höhnisch sauste um seine Stirne der Sturm. Wer kannte ihn? Wer wusste, wer er war? Schiller protegierte ihn so lange, als er schillerisch dichtete. Als er begann, seinen eigenen Gesang zu singen, wandte er sich von ihm. Im Hyperion blättert Hölderlin sein inneres Leben vor uns auf. Er litt unendlich, unter seiner Liebe zu Diotima, unter seinem Hass gegen die Gegenwart. Ganz schwang er sich aus ihr und lebte nur als Vergangener oder zukünftiger. Sein Volk begriff ihn nicht. Bittere Worte fand er für die Deutschen, die bittersten, die ihnen wohl je von einem Deutschen aus liebender Seele gesagt worden sind. Im vorletzten Briefe des Hyperion an Bellarmine. Als Hölderlin 1803 aus Bordeaux zurückkehrte, wo er eine Hauslehrerstelle verwaltet hatte, erschien er den Freunden verwirrt und wie auseinandergefallen. Er gab über das Erlebnis, das ihn wie mit einem Eisenhammer auf die Stirn geschlagen hatte, keine Auskunft. Diotima starb zehn Tage nach seiner Rückkehr. Er mag im medizinischen Sinne wahnsinnig geworden sein. Er hat aber immer eine tiefe Klarheit des Gefühls bewahrt und behalten. Es war ihm einfach der Nabelstrang zerrissen, der ihn mit der Realität verbannt. Er schwebte in den Wolken und wusste von dieser Erde nur noch gerade so viel, wie ein verklärter Geist, der von ihr erlöst und nun auf eigenem Gestirn wandelt. Die Gedichte seiner sogenannten Wahnsinnszeit gehören zum Dunkelsten, aber zum Tiefsten, was aus der deutschen Lyrik entsprossen ist. Schwarze Rosen, Blumen der Passion. Als die Klassiker ihre Tempelbauten errichteten, da kroch nach und nach viel Winde und Efeu die dorischen Säulen empor. Viel Epigonentum, das den steilen Weg zum Himmel, den sie gestemmt, benutzen wollte. Aber es gab auch Zimmerer und Maurer, die bauten trotzig ihre prosanen Häuser neben die Hallen der Heeren. Können wir es nicht im Großen, so wollen wir es ihnen im Kleinen gleich tun und wenigstens im Kleinen eigen sein. Oder sie bauten, wie die Klassiker, nach oben in den Himmel und nach unten in die Erde hinein. Sie rissen die Erde auf und legten Stollen und Gänge an. Das Geheimnis des Dunkels und des Halbdunkels ward entdeckt. Jene waren Sonnen, diese Goldsuche. Bei diesen Bergwerksarbeiten gelangten sie dann nebenher zu allen möglichen Erkenntnissen, die sie gar nicht gesucht hatten, die ihnen aber in den Schoß fielen. Sie lernten das Leben der unterirdischen Tiere, der Engerlinge und Maulwürfe, beobachteten und kamen an den Ursprung mancher Wurzel. Dann und wann trafen sie auch mit ihren Spaten auf ein historisches oder prähistorisches Skelett. Sie brachten es ans Licht und suchten es zu bestimmen. Und wenn sie auch keine Entdeckung machten wie Goethe mit seinem Kieferknochen, sie entdeckten doch die Lebendigkeit des Todes. Der Tod war ihnen, das lernte besonders Novalis beim Tod seiner Braut, der mädchenhaften Sophie von Kühn begreifen, kein rein tragisches Problem mehr. Schicksalhaft verhängt, konnte er selbst den Überlebenden beseligen, wie er den Toten vollendete, dem Überlebenden auch zur Vollendung dienen. Die Menschen, die dem Leben von der anderen Seite beizukommen suchten, das waren die Romantiker. Es ist klar, dass diese Umkehrung der Erdkugel, dies auf den Kopfstellen der Dinge und Begriffe, dies die Sterne auf die Erde herunterholen, in der extremsten Fassung zum Paradoxon einerseits, zur Anbetung des Fragmentes andererseits führen musste. Weder Tieg noch Brentano sind der Versuchung überspitzter Experimente entgangen. Einzig Novalis und Eichendorff, jener der edelste und zarteste, dieser der kräftigste Schoss am Strauß der Romantik, haben sich zur Vollendung entwickelt. Der Hang mit sich selber und den anderen immer Zwiesprache zu halten, musste zu ernsten und heiteren Geselligkeit führen, bei der die Frauen dann, wie sollte es anders sein, das große und das kleine Wort führten. Ohne Bettina von Arnim und Rahel von Ense ist die Romantik nicht zu Ende zu denken. Aus den Tiefen der deutschen Volkspoesie hoben Arnim aus Berlin 1781 bis 1831 und Brentano aus Ehrenbreitstein 1778 bis 1842 jene wundervollen Volkslieder, die sie in das Knabenwunderhorn sammelten. Sie selber freuten sich wie Kinder und Kinder waren eigentlich alle Romantiker, irgendwie und irgendwo, abgesehen von den würdigen Brüdern Schlegel, den wissenschaftlichen Verfechtern der Theorie und manchmal Spiegelfechtern. Bettina, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde ist ein typisches Produkt des romantischen Geistes. Halb wahr, halb erfunden, Dichtung und Wahrheit, Tiefecht und dennoch da und dort der Wahrheit zuliebe, verlogen. Arnim und Brentano machte es einen Heidenspaß, in das Knabenwunderhorn eigene Gedichte einzuschmuggeln. Wie Kinder erzählten sie sich auch mit Vorliebe Märchen oder ließen sich von den Gebrüdern Grimm, deutsche Kinder- und Hausmärchen, erzählen und schrieben Märchendramen. Im Märchen und im kleinen Liede gelang ihnen ihr Schönstes, obgleich sie auch im Romane rühmliche Leistungen aufzuweisen haben. Sie träumten so gern und sangen sich gegenseitig mit ihren Wegenliedern in Schlaf. Und in ihrem Schlaf tutete der Nachtwächter Bonaventura, schön und schauerlich. Aber sie hörten ihn längst nicht mehr. In ihren Träumen klagte die Flöte. Die kühlen Brunnen rauschten, golden wehten die Töne nieder. Hatte man ausgeschlafen und ausgeträumt, dann ritt man am Morgen in die Landschaft, speiste draußen irgendwo in einem Dorf zum Mittag, tanzte mit den Dorfschönen und traf sich abends zu gelehrtem Gespräch mit den Schlegels. Man disputierte über die Shakespeare-Übersetzung August Wilhelm von Schlegel aus Hannover 1767 bis 1845 oder über Friedrich von Schlegel, 1772 bis 1829, Sprache und Weisheit der Inder. Friedrich Schlegel sprach mit Feuereifer über die östlichen Kulturprobleme, aber er hörte es nicht gern, wenn man ihn an seinen erotischen Roman Lucinde erinnerte. Ganz in der katholischen Welt auf ging Novalis, Friedrich von Habenberg aus Widerstedt 1772 bis 1801. Ihm war die Geliebte gleichbedeutend mit der Madonna. Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt. In den Hymnen an die Nacht, der wahren Göttin, der Romantik, die Klassiker hatten den Tag geliebt und gepriesen, die Sonne war ihr Symbol, das Symbol der Romantiker, der Mond, gab Novalis sein Tiefstes. Eichendorf und Hölderlin sind Nord- und Südpol der deutschen Lyrik. Goethe, ihre Erdmitte. Hölderlin, ein einziger unter den Deutschen, der hieratische Priester der heiligsten Empfängnis, der strengsten Verkündigung, Kind und Greis, Anfang und Ende. Goethe, der Mann, gewaltig schreitend, Flamme und Tuba. Eichendorf, das deutsche All, im Regenbogen. Herzen des Jünglings im Sommerabend, wie eine erste und letzte Rose aufbrechend, durchblühend die Nacht bis zum Morgenrot. Eichendorf, das Volkslied. Goethe, die Trilogie der Leidenschaft des geistigen Menschen. Hölderlin, der Gottgesang. Wohl über ein halbes Hundert der schönsten deutschen Gedichte ist der schwärmenden, unbeirrbaren Einfalt des ewigen Jünglings Eichendorf, 1788, geboren auf Schloss Rubowitz in Schlesien, gestorben, 1857, gesungen. Darunter ein Dutzend der Allervollkommensten. Zwielicht, Abend, Nachtgruß, so sind sie überschrieben. Es ist die deutsche Sommernacht, welche zu Tönen beginnt. Nacht ist wie ein stilles Meer, Lust und Leid und Liebesklagen kommen so verworren her, in dem Linden Wellen schlagen. Am Fenster lehnt ein junger Mensch und sieht hinaus in den milden Mond. Der schwebt wie eine goldene Träne an seinen Wimpern. Da klingt aus weiter Ferne der Ton eines Posthornes. Zwei junge Gesellen wandeln schattenhaft vorbei. Neben dem schlesischen Junker wurde auch ein preußischer Junker, Heinrich von Kleist aus Frankfurt an der Oder, 1777 bis 1811, von romantischem Geist ergriffen. Eine Beziehung zwischen der märkischen Sandheide und dem romantischen Märchenland scheint kaum zu finden. Kleist fand sie, indem er das Märchen realisierte. Den Traum verwirklichte. Nüchtern raste. Einen Rausch der Sachlichkeit empfand. Die Fantasie entzauberte. Bei ihm rauscht kein Brunnen in der verschlafenen Sommernacht, sondern ein Krug geht zum Wasser, bis er bricht. Der zerbrochene Krug. Den intellektuellen Frauen, der Romantiker, stellt er jene süße, kindliche, unwissende, reine Gestalt des Käthchens von Heilbronn gegenüber, die liebt, weil sie lieben muss. Die unerschütterlich an ihr Herz glaubt, dass Gott ihr doch verliehen, und die gekrönt war, längst ehe sie gekrönt ward. Welch ein Gegensatz zwischen ihr und der rasenden Amazone Penteselia, die den Pelion auf den Osser türmen will, um den Himmel zu erreichen. Aber ihre Kraft erweist sich als zu schwach. Die Berge bröckeln aus ihrer Hand und schließlich stürzen sie donnernd über ihr zusammen. Es ist die Tragödie der grenzenlosen Forderung, alles oder nichts. Es ist die Tragödie des Menschen, der über sich hinaus will, aber niemals über sich hinaus kann. Penteselia ringt mit den Göttern Griechenlands. Der Prinz von Homburg mit dem preußischen Gotte der Disziplin. Pflichterfüllung bis zum Äußersten war dem homburgischen Prinzen gesetzt. Er hat sie verletzt und soll den Tod erleiden. Zuerst erscheint ihm der Tod als etwas Unfassbares, er bricht unter der Last der Furcht zusammen. Aber es gelingt ihm, sich emporzureißen und das Gesetz der inneren Pflicht erkennend, sich ihm freiwillig zu beugen. Er wird aus einem Unfreien zu einem freien Menschen. Die Todesnähe bringt ihm auch das wahre Leben der sittlichen Notwendigkeiten nahe. Er hat den Tod in sich überwunden, so braucht er nicht mehr zu sterben. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. In der Hermannsschlacht hat Kleist seinen gewaltigen Napoleons Hass gegossen. Wie flüssiges Feuer durchbraust er das Drama. Er schäumt wie ein Wolf von den Lefzen auf der Jagd nach dem napoleonischen Fuchs. Napoleon ist ihm die Inkarnation der Tyrannei, der Ungerechtigkeit und nichts ertrug Kleist weniger als dies. In seinen lyrischen Hassgesängen, Germania und ihre Kinder und so weiter, hat er alle Lissauers des Weltkrieges an Blutdurst, Rachsucht und inbrünstigem Hass gigantisch übertroffen. Dieser pathologische Hassausbruch ist nur aus Kleists empörtem und verwundetem Gerechtigkeitsgefühl zu verstehen. Auch sein Michael Kohl-Has, diese stärkste deutsche Novelle, wird ja aus verletztem Rechtsgefühl zum Mörder. Vom Märchen zum Traum, vom Traum zu den Geistererscheinungen ist nur ein Schritt. Bei Geistern und Gespenstern kannte sich vortrefflich der genialische E.T.A. Hoffmann aus Königsberg 1776 bis 1822 aus. In der Komposition von Erzählungen hat er in Deutschland so leicht nicht seinesgleichen. Vor dem Schlafengehen soll man sie nicht lesen. Man hat leicht eine schlaflose Nacht und kommt am Ende dazu, sich vor sich selbst zu fürchten. Solche Dämonen beschwört der unheimliche Zauberer aus unserer eigenen Brust heraus. Von Österreich, dem deutschen Sprachgebiet an der Donau, haben wir seit der Zeit der Minnesänger wenig mehr gehört. Jetzt beginnt's auch in und um Wien wieder lebendig zu werden. Sie präferieren die bunte Gaudi der Romantik. Geister und Zwerge mitten zwischen den Menschen. Das ist noch was, das lasse ich mir gefallen. Gehen Sie mir mit dem Wallenstein. Mit solchen Leuten haben wir immer Pech. Wede Konrad Hötzendorf. Ein Geistertheater auf dem Prater, das ist billiger, kostet kein Blut und unterhält und belehrt gleichzeitig. Ferdinand Raimund 1790 bis 1836 schrieb den Wienern solch charmantes Geistertheater. Der Alpenkönig und der Menschenfeind und des biederen und klugen Nestreu Volksstücke. Das ist Österreichertum, herzlich und ironisch, von der besten Seite. Franz Grillpachtzer 1791 bis 1872 nahm das österreichische Problem in König Ottokars Glück und Ende, ein treuer Diener seines Herrn, ein Bruderzwist in Habsburg, tragischer. Obgleich er stofflich ein Romantiker, stilistisch eher ein Klassiker zu nennen, seine Stoffe zwischen Österreich und Hellas teilte, Sapo, womit er eine Dichtertragödie schuf, dem Tasso nicht unebenbürtig, das goldene Vlies, des Meeres und der Liebe Wellen, die holdeste deutsche Liebestragödie, hat er der österreichischen Mythologie sein tiefstes Werk entnommen, Libussa, den alten Gegensatz zwischen Natur und Kultur behandelnd. Es scheint, dass sein unerfülltes Liebesleben mit seiner ewigen Braut, mit der er rang wie mit der Muse selbst, viele Quellen in ihm verschüttet hat, die vielleicht ausgesprudelt wären, wenn er am eigenen Leibe und eigener Seele Eros tiefst verspürt hätte. Illigisch beschließt die österreichische Romantik Nikolaus Lenau, 1802-1850, ein Deutsch-Ungar. Er starb wie Hölderlin im Wahnsinn, nachdem er, mit dem Herzen eines Zigeuners und dem Munde eines Deutschen, die melancholischen Lieder der Steppe und der Schilfteiche gesungen. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Rebecca Braunert Plunkett Abschnitt 7 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klapp-Bund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Dichter der Befreiungskriege Theodor Körner aus Dresden 1791-1813, Leier und Schwert, Max von Schenkendorf aus Tilsit von 1783-1817, Ernst Moritz Arndt aus Rügen 1769-1860 und viele andere standen bei den Monarchen und ihren Lakaien, den Lesebuchfabrikanten, lange in großem Ansehen. Ihre soldatische Lyrik diente nämlich dazu, die wahren Motive und vor allem den Schlusseffekt der Befreiungskriege zu verschleiern. In den Gedichten kämpfte der Soldat für Weib und Kind, für Heimat und Herd, für die heiligsten Güter der Nation, in Wahrheit jedoch für die Restitution der schwärzesten Reaktion, der Napoleon, der Erbe der französischen Revolution und ein liberaler Geist gegen die mittelalterlich verträumten oder verbohrten deutschen Fürsten, beinahe ein Ende bereitet hatte. Dem Ende mit Schrecken, 1806, folgte seit 1813 der Schrecken ohne Ende. Das Versprechen der Verfassung wurde nicht gehalten, selbst die erprobtesten Patrioten wie Turnvater Jan und Ernst Moritz Arndt gerieten in Auflehnung und Empörung. Sie forderten das unverjährte Recht der Pressefreiheit und Verfassung und hielten der aufsteigenden Jugend, die sich besonders betrogen glaubte, denn um sie, um ihre Zukunft ging es, tapfer die Stange. Die freiheitliche Bewegung der Jugend sammelte sich in der Burschenschaft und fand ihren imposanten Ausdruck im Wartburgfest, 1817. Sie wurde bald verboten und Männer wie Arndt und Jan verhaftet. Arndt wurde seiner Professur entsetzt. Was ist aus der deutschen Studentenschaft, der Burschenschaft, einst Träger des revolutionären deutschen Gedankens geworden? Heute, nach der Revolution von 1918, steht fast die gesamte Studentenschaft geschlossen hinter dem gestürzten Thron, dessen Insasse und seine Diener sie jahrelang belogen und betrogen und schließlich in den Abgrund gestürzt haben. Was hat Deutschland zu gegenwärtigen, wenn seine Jugend nicht erwacht? Da stehen sie mit ihren Rapieren und schützen die Ideale barbarischer Tyrannei, wollen wohl gar freiwillig die Ketten wieder anlegen, die Arbeiter und Soldaten im November 1918 auch für sie sprengten. Das Umsichgreifen der europäischen und insbesondere der deutschen Reaktion seit dem Ende der Freiheitskriege rief die deutsche Jugend auf den Plan zum Kampf um die persönliche und allgemeine Freiheit. Das junge Deutschland stand auf und schleuderte von seiner Schleuder wie Weiland David Kiesel und Steine gegen den Goliath der Reaktion. Der aber stand fest und lachte dröhnend, und der Kieselregen war ihm wie ein Mückenschwarm. Hin und wieder packte er sich einen kleinen David und setzte ihn hinter Festungsmauern. Das junge Deutschland ist viel angegriffen worden, mit Recht und mit Unrecht. Dichterisch sind die Leistungen der politischen Lyriker um 48 meist recht armselig. Herweg einzig schwingt sich über die anderen empor wie eine eiserne Lerche, Heine. Aber man hat sie gar nicht bei der Achillesferse ihrer dichterischen Leistung gepackt. Man hat sie dort angegriffen, wo sie unangreifbar waren, in der Gesinnung. Die politische Lyrik der heutigen Zeit, des heutigen jungen Deutschland, Ehrenstein, Becher, Hasenklever, hat viele Ähnlichkeit in den Tendenzen mit der damaligen, wenngleich sie im Formalen gewichtiger geworden ist. Auch sie bieten im Künstlerischen viele Angriffspunkte. Aber man hüte sich, wie eine gewisse Kritik auch heute es übt, sie ihrer Gesinnung wegen im Dichterischen zu beanstanden. Da sind sie wie jene unantastbar. Die besten politischen Gedichte haben jene Gedichte, die, wie Platten und Heine, auch nebenbei, nämlich in der Hauptsache reine Lyrik waren. Sie opferten weder das Herz noch die gestaltende Kraft der politischen These und Phrase. Die Dichtung untersteht der reinen Vernunft, jener Göttin, die im absoluten Bezirke unbezwinglich drohend. Politik und Kunst können sich mischen, gewiss. Ihre Vereinigung zum Gesetz erhoben heißt Unding und Unsinn zur Untat zwingen. Der Dichter hat die Pflicht, Politiker zu werden, Vermöge seiner geistigen und moralischen Kräfte, angesichts seiner Stellung am Horizont der Menschheit. Er hat aber auch die Pflicht, Dichter zu bleiben, das heißt mythischer Diener der Wörtlichkeit und Künder des reinen Klanges. Herrweg ist gewiss eine respektable Erscheinung, aber nur von 48er Ideologie, von dem Symbol des politischen Dichters als des Dichters schlechthin gefangene Schwarmgeister werden in ihm einen großen Dichter sehen. Er war ein kleiner Dichter, aber immerhin ein Dichter. In seinen Fersen rauscht die schwarz-rot-goldene Fahne und klirren die Sensen aufführerischer Bauern. Historisch sind die 48er Lyriker als die eigentlichen Träger des Revolutionsgedankens von größter Bedeutung. Alle Revolutionen sind mehr oder weniger von Literaten gemacht worden. Jahre und oft Jahrzehnte schon vor der Explosion begannen sie Bomben zu legen und zu minieren. Das menschlich wie dichterisch fortreißendste Revolutionslied stammt von Heinrich Heine aus Düsseldorf 1777. Die schlesischen Weber Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben. Um keinen deutschen Dichter ist so heftig Düsseldorf Mörike zu den Meistern des deutschen Liedes. Jener ganz besonderen, dem Volkslied entnommenen deutschen Dichtform, einer Form, wie sie die Romanen nicht kennen. Schmerz und Lust, Tod und Liebe sind die einfachsten Themen seiner einfachen Lieder. Laßt nur auf Schmerz sich Herz, auf Tod sich Morgenrot reimen. Es sind die schönsten Reime, die man dazu finden kann. Man braucht sie gar nicht erst zu suchen, sie sind schon da, sie sind als Reimpaare in der deutschen Sprache und im deutschen Herzen zur Welt gekommen. Aber Heine singt nicht immer so einfache Lieder. Zuweilen wird es ihm unerträglich, dass jemand Fremdes seiner tiefen Seele lauscht. Er zerreißt die Seiten und die Töne plötzlich, Dissonanzen schrillen. Oder er nimmt gar die Laute und schlägt sie dem philisterhaften Greise, der ihn, wie Susanna im Bade in seiner Nacktheit belauscht, auf den hohlen Schädel und um die Ohren. Diese ironischen Gedichte, gegen den Philister überhaupt und den Philister in der eigenen Brust gerichtet, gehören zu den merkwürdigsten Expressionen des menschlichen Pessimismus. Mit Ludwig Börne aus Frankfurt 1786 bis 1837 und Karl Gutzko aus Berlin 1811 bis 1878 bekämpfte Heinrich Heine von Paris aus, wohin er aus dem gastlichen Deutschland geflüchtet war, die Tyrannen und Philister. Diesen Kampf vom Ausland her, man warf ihm, genau wie heute den deutschen Emigranten in der Schweiz vor, dass er mit vergifteten Pfeilern Deutschland in den Rücken schieße, hat man ihm besonders übel genommen und ganz besonders übel seine Stellung zu den hohen Zollern. Er erwies sich aber in seinen politischen Bemerkungen und Schriften, französische Zustände und so weiter, als Politiker von untrüglichem Instinkt und adlersichtigem Blick. Man höre, wie er in der Lutetia die europäische Zukunft beurteilt. Er prophezeit ein großes Spektakelstück, den grässlichsten Zerstörungskrieg zwischen Deutschland und England, Frankreich, Russland. Doch wäre das nur der erste Akt des großen Spektakelstückes, gleichsam das Vorspiel. Der zweite Akt ist die europäische, die Weltrevolution, der große Zweikampf der Besitzlosen mit der Aristokratie des Besitzes. Und da wird weder von Nationalität noch von Religion die Rede sein. Nur ein Vaterland wird es geben, nämlich die Erde, und nur einen Glauben, nämlich das Glück auf Erden. Heine war nicht nur Dichter, er war vor allem Schriftsteller. Als solcher hat er unter- und überirdisch eine Wirkung ausgeübt, die gar nicht überschätzt werden kann. Er ist der Prototyp des Zeitungskorrespondenten, der erste europäische Journalist und Feuilletonist. Dass seine Wirkung nicht nur heilsam war, wollen wir es ihm ankreiden, oder nicht vielmehr seinen törichten und anmaßenden Epigonen. Freilich, auch er ist gestrauchelt. In so mancher seiner privaten Polemiken, gegen Platten zum Beispiel, er hat dies und vieles mehr gebüßt in seiner Matratzenkruft, in jahrelangen Leiden, die ihn ans Bett fesselten und zum langsamen Tode verurteilten. Er nannte sich selber der arme Lazarus. Und unter den Lazarus-Gedichten befinden sich seine erschütterndsten Gedichte. Alle seine Schmerzen legte er in ihnen bloß. Er war schon lange des Lebens müde geworden. Die vielen Frauen, die ihn geliebt hatten, waren von ihm gegangen. Geblieben war bei ihm sein dickes Weib Mathilde und eine kleine letzte Freundin, die Musch, wie er sie nannte, die Fliege. Aber sie vermochte nur, selbst zu fliegen. Ihm selber konnte sie das Fliegen nicht mehr beibringen. Er war so sterbensmüde geworden. Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser. Freilich, das Beste wäre nie geboren sein. Und oft sprach er vor sich hin, wenn niemand ihn hörte. Der Tod, das ist die kühle Nacht. Das Leben ist der schwüle Tag. Es dunkelt schon. Mich schläfert. Über den sogenannten Schwäbischen Dichterkreis sind wir mit Heine so ziemlich einer Meinung. Die schwäbischen Dichter, unzählbar wie der Straßenstaub in Stuttgart, zeichnen sich durch eine betonte Philisterhaftigkeit aus. Wenn ihrer trefflichen, wohlgerundeten Gattin sonntags die Klöße oder die Spätzle nicht recht gerieten, dann ziehen sie die Stirne kraus. Auf der Stirne schwellen die Adern und auf dem Kopf die Nachtmütze zittert vor Erregung. Sie laufen erregt durchs Zimmer und stolpern wohl über die Quasten und Bommeln ihres Schlafrockes und sind erst beruhigt, wenn Mutter die Pfeife stopft und einen extra guten Kaffee zum Nachttisch kocht. Da schwellen die Adern ab, die Nachtmütze beruhigt sich, die Jüngste bringt ein blaues Schreibheft von Vaters Schreibtisch, die älteste Tinte und Gänsekehl und, bewacht und betraut von den Seinen, beginnt Vater zu dichten. Der bedeutendste von ihnen ist Ludwig Uhland, 1787 bis 1862. Er ist in Tübingen geboren und der Geist dieser kleinen Wald- und Universitätsstadt war der seine. Ernste Wissenschaftlichkeit in den grauen Hörsälen, das heitere Spiel der Wolken und Winde über den bebäumten und wiesengrünen Hügeln. Wie in den Gasthäusern der Dörfer rings um die Studentenstadt die Rapiere der schlagenden Verbindungen klirrten, so stand auch Ludwig Uhland ewig auf der Mensur für das gute alte Recht des Volkes, für Deutschtum und Demokratie gegen die kleinliche Tyrannei der kleinen Fürsten. Er wurde 1848 als Vertreter der demokratisch-großdeutschen Fraktion in das Frankfurter Parlament gewählt, nachdem er schon 1833 seine Tübinger Professur für deutsche Literatur wegen politischer Differenzen mit der württembergischen Regierung niedergelegt hatte. Seine eigentliche poetische Produktion fällt nur in die erste Hälfte seines Lebens. Da sang er jene schönen Lieder, die längst in den Volksmund übergegangen sind. Ich hatte einen Kameraden und Balladen wie »Das Glück von Edenhall«. Als Balladendichter ist neben Uhland der Schlesier Moritz Graf Strachwitz 1822 bis 1847 zu nennen, der mit Günther Büchner Hauf zu jener edlen Reihe jungverstorbener deutscher Dichterjünglinge gehört, die der besonderen schwärmerischen Liebe ihres Volkes immer gewiß sein werden. Die Balladen nach der komischen Seite hin bearbeitete in lustigen, gereimten Schwenken der weinselige August Koppisch 1799 bis 1853, dessen Heinzelmännchen wir als Kinder mit brennenden Augen, dessen Historie von Noah wir als Studenten mit weinfeuchten Augen lasen. Der alte Koppisch saß mit seiner roten Nase in unserer Corona auf dem Schlossberg von Heidelberg, hob mit der einen Hand den goldgefüllten Römer, mit der anderen den Zeigefinger und sprach warnend »Trinkt kein Wasser, Kinder!« »Ihr kennt die Geschichte von der Sintflut!« »Trinkt kein Wasser, die weil darin ersäuft sind allsündhaft Vieh und Menschenkind!« Dass der leichtblütige und leichtsinnige Koppisch der beste Freund des schwermütigen und schwerblütigen Grafen Platen aus Ansbach 1796 bis 1835 war, erscheint verwunderlich, aber vielleicht hatte Platen Koppisch nötig wie Koppisch den Wein, um sich in der Misere seines Lebens mit Heiterkeiten hin und wieder zu betrinken. Platens Schicksal war die Männerfreundschaft und Knabenliebe. Er suchte Adonis, ohne ihn zu finden. Seiner inbrünstigen Sehnsucht nach einem Echo seines Herzens verdanken wir die schönsten deutschen Sonnette. In Syrakus ist er gestorben, vielleicht, wie er einst sang, im Arm des endlich gefundenen Götterjünglings. Es gibt ein Wort, nur wer wahrhaft schlecht gewesen ist, kann wahrhaft gut werden. Buddha selber muss in einem früheren Leben einmal ein Mörder gewesen sein. Niemand sehnt sich so brennend nach Erlösung wie der Unreine, der Verfemte, wie der Verbrecher, der seines Verbrechens sich bewusst ist. Friedrich Hebbel, ein Bauernsohn aus Dithmarschen, 1813 bis 1860, war vielleicht das, was man einen bösen Menschen nennt. Von Dämonen gehetzt brach er, ein verhungerter Wolf, an dem man jede Rippe einzeln zählen konnte, in die Lämmerweide der deutschen Dichtung ein. Jedes Mittel war ihm recht, seinen geistigen Hunger zu stillen. Er brach Eide und verriet Frauen, die ihn liebten und ohne die er krepiert wäre, um der Idee zu dienen. Er war ein armer Schächer ans Kreuz des Lebens geschlagen. Er häufte Schuld auf Schuld und wusste darum und litt darunter. Die erschütterndste Tragödie, die er schrieb, ist sein Leben. Wir leben es erschüttert mit, während wir die Dramen, die er schrieb, nur staunend respektieren. Lieben können wir den Menschen, Hebbel. Dem Dichter wollen wir ehrfurchtsvoll salutieren. Am liebenswürdigsten zeigt er sich noch in einigen seiner Gedichte. Es ist psychologisch beachtenswert, dass Hebbel selbst seine Lyrik für seine bedeutendste dichterische Leistung hielt. Er selbst konnte wohl gedanklich, aber gefühlsmäßig mit seiner wie ein Eisengerüst konstruierten Dramatik nicht mit. Andern Dichtern pflegt der Verstand durchzugehen. Seine Logik überspitzt sich. In Maria Magdalena, in Agnes Bernauer. Er verfolgte ein Problem noch über seine Lösung hinaus und bewies dadurch, dass ihm das Problem an sich wichtiger war als das Leben, welches die Probleme stellt. Seine Dramen sind alle irgendwie erstaunlich. Man muss, wie der Wärter im Zoologischen Garten auf sonderbare Tiere, mit dem Stock darauf zeigen. Seine Nibelungen-Trilogie ist eine Monstrosität. Der Vollendung am nächsten kommt vielleicht sein Jugendwerk, Judith, in dem das Problem des Zwiespaltes zwischen Neigung und Pflicht, zwischen Sinnlichkeit und Sinn, zwischen ethischer Forderung und menschlicher Schwäche klargestellt und klar beantwortet wird. Die Witwe von Betulia nahm eine Aufgabe auf sich, der sie als Mensch zwar, doch nicht als Weib gewachsen war. Das ist ihre Tragik. Hebel nahm eine Aufgabe auf sich, der er als Denker zwar, doch nicht als Dichter gewachsen war. Das ist seine Tragik. Sein Antipode, aus ähnlichem niederem Milieu entwachsen, Christian Dietrich Krabbe, 1801 bis 1836, Sohn eines Zuchthausaufsehers in Detmold, wollte weniger, aber konnte mehr. Er empfing seine ersten Eindrücke, wenn er im Zuchthaushof spielte und die Gefangenen wurden zum Spaziergang an die frische Luft geführt. Zwei und zwei zwischen grauen Mauern, den grauen Himmel über sich, umschritten sie schweigend in ihren Anstaltskleidern das vorgeschriebene Kreisrund, bis die Zeit erfüllt ward. Seine Dramenhelden, der Herzog von Godwald, Napoleon Hannibal, haben alle etwas von Zuchthäuslern, die an den Stäben ihres Gefängnisses rütteln. Der Zwiespalt zwischen Idee und Wirklichkeit scheint unentrinnbar. Der herste und heiligste Wille wird in den Staub gezogen, so wie Achilleus Hektors Leiche an seinem Wagen um die Mauern von Troja schleift. Immer fällt Hektor der Anwalt der reinen Idee und immer siegt Achilleus grobschlechtig und protzig, weil er die Macht und die realen Dinge hinter sich hat. Die tiefste Tragödie freilich spielt sich im Herzen des Menschen selber ab. Grabbes Staufen-Dramen, Heinrich VI., Barbarossa, vor allem aber Napoleon und Hannibal nähern sich der durch Faust und Wallenstein bezirkten großen Tragödie. Dieser Hannibal ist ein ungeheuerlicher Bursche, eine riesige Termite, die in der winzigen Ameisenwelt ein Held, der unter den Händlern zugrunde gehen muss. In Don Juan und Faust machte Krabbe den kühnen Versuch, den germanischen und den romanischen Typus nebeneinander zu stellen. Sein Lustspiel, Scherz, Ironie, Satire und tiefere Bedeutung, in dem der Autor voll romantischer Ironie, höchstpersönlich nicht ohne tiefere Bedeutung auftritt, bildet in seiner bäuerlichen und teuflischen Derbheit ein Gegenstück zu Georg Büchners zartem und schwankendem Schwank Leons und Lena mit seinen zerbrechlichen Figuren und Kontroversen. Georg Büchner, aus dem Darmstädtischen 1813 bis 1837, konnte aber auch anders als sanft säuseln oder vertrottelt disputieren. Wie einen erratischen Block schleudert er sein französisches Revolutionsdrama, Dantons Tod, von sich. Auch in seiner von Gutzko überlieferten Gestalt, die Urform ging verloren, gehört es zu den mächtigsten deutschen Dramen. Hier ist erstmalig, wie später erst wieder bei Gerhard Hauptmanns Weber, ein ganzes Volk der Held. Saint-Just, Robespierre, Dantons sind seine Exponenten. Den Streit aller Revolutionen zwischen Individualismus und Kommunismus entscheidet der einzige Richter, der ihn zu entscheiden vermag, der Tod. Er selber lenkt die Guillotine, die heute Dantons Haupt frisst, die morgen das Haupt des Robespierre fressen wird, bis übermorgen Napoleon sie von der Bühne des Welttheaters entfernt. Für eine Weile. Er hat andere Requisiten und Maschinen, die nicht weniger exakt und blutig arbeiten, Kanonen und Mitriösen. Im Wurzack, der Fragment geblieben ist, knüpft Büchner an Lenz an, dem er eine schöne Novelle gewidmet hat. Die bürgerliche Tragödie, die Hebbel mit der Maria Magdalena schreiben wollte, sie gelang selbst im Fragment Büchner mit seinem Wurzack. Vom Wurzack läuft dann die Tradition zu Wedekind, der von niemand mehr gelernt hat als von diesem büchnerschen Fragment. Auch als politischer Revolutionär ist Büchner von eminenter Bedeutung. Seine Botschaft, Friede den Hütten, Krieg den Palästen ist das flammendste deutsche Revolutionäre Manifest überhaupt. Büchner starb zehn Jahre zu früh. Er wäre der gegebene Führer der Achtundvierziger Revolution geworden. Er wurde nur vierundzwanzig Jahre alt. Ein Jahrhundert hat der Heldentod des Jünglings Theodor Körner, der ein guter Soldat, aber ein schlechter Trompeter war, das Heldenleben des Jünglings Georg Büchner völlig verdunkelt. Heinrich Laube aus Sprottau 186 bis 1884 schlug die dramatische Pauke, das einem Hören und Sehen verging. Sein Graf Essex war das erste Theaterstück, das ich als Knabe auf der Schmierenbühne einer märkischen Kleinstadt sah. Niemals mehr hat ein Drama einen solchen Eindruck auf mich gemacht. Ich sehe noch immer den schlotternden Essex im Kerker sitzen und höre auf einem vom Bäcker geborgten blechernden Kuchenteller zwölfmal die Stunde des Gerichtes schlagen. Alle Schauer jagen mir im Gedächtnis daran über den Rücken und ich drücke den vereinten Geistern von Laube und Essex pietätvoll und gerührt die Hand. Zu meinen erfreulichsten Jugenderinnerungen aus dem Gebiete der Literatur gehören auch Willibald Alexis aus Breslau 1798 bis 1871 in den Schullesebüchern immer mit dem homerischen Beinamen »Der vortreffliche« geehrt, welcher nicht undichterische historische Romane aus meiner engeren Heimat schrieb. Die Hosen des Herrn Bredow, der Roland von Berlin und Wilhelm Hauf aus Stuttgart 1802 bis 1827 in den Schullesebüchern ein wenig zärtlich, aber auch ein wenig von oben herab »Der Jugendliche« genannt. Zu der Geste des »Von oben herab« ist bei ihm nun keine Veranlassung. Er ist kein großer Dichter. Zu den Klassikern haben ihn nur die Fabrikanten von Klassiker-Literatur gemacht, denen genügte Schiller, Goethe, Kleist aus Geschäftsgründen nicht. Die Brautpaare verlangten beim Heiraten zur Komplettierung ihrer Wohnungseinrichtung eine ganze Klassiker-Ausstattung. Dazu gehören denn auch vor allen Dingen Theodor Körner und eine ganze Anzahl völlig unmöglicher und verstaubter alter Herren wie Gaudi, Gutzko, Laube und so weiter. Hauf nun ist ganz und gar nicht verstaubt. Er ist kein großer Dichter, aber ein Dichter, ein Erzähler von prachtvoller novellistischer Begabung, wie seine Märchen und Novellen beweisen. Ein Glanzstück unserer novellistischen Poesie gelang einem Franzosen, Adalbert von Chamisso, aus der Champagne 1781 bis 1838, mit seinem Peter Schlemiel, dem Mann, der seinen Schatten verkauft hat. Peter Schlemiel ist eine sinnbildliche und sprichwörtliche Figur geworden. Ich weiß allerdings nicht, ob er auf meine Mitbürger noch so viel Eindruck macht. Sie sind ja längst gewohnt, nicht nur ihren Schatten, sondern auch den Schatten ihres Schattens und die Sonne, die den Schatten hervorruft, zu verkaufen. Ja, sie verkaufen sogar Peter Schlemiels wundersame Geschichte, statt sie einem jeden gratis ins Haus zu bringen, als Luxusdruck zu 300 Mark und mehr. Armer Schlemiel, hättest du zur Subskription auf dich selbst einladen können, du hättest deinen Schatten nicht verkaufen brauchen. Aber du hast es eben nicht verstanden, dein Geschäftsinteresse wahrzunehmen. Das verstand auch Adalbert Stifter nicht, aus dem Böhmerwald, 1805 bis 1868, der zarte Pastelle und gestrichelte Federzeichnungen nach der Natur auf kleine weiße Blätter malte und zeichnete. Die Blätter sammelte er dann und gab ihnen dann, wie wenig geschäftstüchtig war er doch, so unscheinbare Namen wie Studien. Wer in den Sommerferien in den Bayerischen Wald reist und lässt Stifters Erzählungen, vor allem den Hochwald, zu Hause, der verdient es nicht, Sommerferien im Bayerischen Wald zu erleben. Reist er aber nach Westfalen, so muss er sich den Oberhof von Karl Immermann aus Magdeburg 1796 bis 1840 in den Rucksack stecken, oder, falls er über Zeitbedingtes hinwegzulesen versteht, den ganzen Münchhausen. Auch darf er von Immermann die tiefsinnige Mythe Merlin, die Tragödie des Widerspruchs, nicht vergessen. Wenn der, dem Dichter hoffentlich geneigte Leser, auch den Widerspruch nicht lösen sollte, was tut's? Begreift er Goethes Geheimnisse, oder Hölderlins letzte Gedichte, oder die Oden von Pindar? Muss denn alles so verständlich sein, wie ein Gespräch über die teuren Zeiten im Kaufmannsladen? Nicht jeder ist ein Alexander, nicht jeder vermag den gordischen Knoten derart gewalttätig mit dem Schwert zu lösen, und manchmal tut's nicht einmal gut. Die Lösung mit dem Schwert, meine ich, wie Exemplar Dockend. Abseits von allen Zeitstürmen saß in Kleversulzbach in Schwaben unter der Pfarrhaus Linde, behaglich seine lange Pfeife rauchend, im bunt beblümten Schlafrock mit der goldenen Quaste Eduard Mörike, 1804 bis 1875. Wie Büchner von Körner, so ist sein helles Gestirn lange von der Wolke eines Geibel beschattet worden, und bis ans Ende des 19. Jahrhunderts haben eigentlich wenige gewußt, was hinter dem biederen Pfarrer von Kleversulzbach steckt. Ferdinand Freiligrad aus Detmold 1810 bis 1876, um noch den besten zu nennen, blendete die deutsche Leserwelt mit seiner Exotik voll ungewöhnlichen lyrischen Farben Reichtums. Der allerwelts Epigone Geibel und die Geibel-Epigonen versüßlichten den Geschmack des deutschen Publikums vollends, so daß es an einem klaren Trunk, wie ihn Mörike kredenzte, keinen Geschmack mehr fand. Zu alledem schrien dem deutschen Volk die politischen Dichter noch die Ohren voll, herrweg an der Spitze. Bescheiden, wie sie immer sind, traten sie trompetend vor ihre Jahrmarktbuden und schrien, nur immer hereinspaziert, meine Herrschaften, wir haben die einzig echte, die einzig wahre, die politische Kultur gepachtet. Sie hatten eine Menge Zulauf, zum Teil gewiß mit Recht. Auch Freiligraths wohl assoziierte Menagerie, in der der Wüstenkönig der Löwe die Hauptattraktion bildet und wo ein waschechter Mohrenkönig an der Kasse saß, wurde überlaufen. Der Blumenstand, an dem die Muse selbst Mörikes Feldblumen oder auch Rosen- und Nelkensträuße feilhielt, wurde nicht beachtet. Eduard Mörike hat mit seiner Paraphrase des Wilhelm Meister, dem Roman Maler Nollte begonnen, der nicht ohne Eindruck blieb. Mit Gottes Wort, das Gott ihm selber in den Mund gelegt, mit seinen Gedichten predigte der Klever-Sulzbacher-Pfarrer lang tauben Ohren. Seine Verse sind nicht gemeißelt wie die Hölderlinschen, nicht in der Trunkenheit hinausgebrüllt wie die Günterschen, nicht ziseliert wie die Heinischen, geflötet wie die Platenschen. Sie fielen wie reife Früchte vom Baum in seinem Pfarrhausgarten. Sie sind nicht erkünstelt, nicht erzwungen, sie sind rund und vollendet und duften wie reife Äpfel. Der Sonnenblume gleich stand sein Gemüt offen. Er brauchte in seiner friedlichen Seele keine Schlachten schlagen wie Hebbel. Nur schwach schwanken die Schalen zwischen Lieben und Leiden. Seine Fantastik schweift mild wie ein Sommervogel in seinen Erzählungen Mozart auf der Reise nach Prag und Märchen. Sie erschreckt nie. Seine Schauergeschichten machen Lachen. Und wenn er dunkel ist, so ist er dunkel wie eine Sommernacht in Klever-Sulzbach, warm und besternt, und wir wissen, dass die Morgenröte nicht fern ist. Dann werden wir mit dem Klever-Sulzbacher-Pfarrherrn und seinem Küster auf den Kirchturm steigen. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 8 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Schweizer hatten sich mit dem Fabeldichter Ulrich Bohner, mit Bodmer, Breitinger und vor allem mit Gessner schon vorteilhaft in die deutsche Literatur eingeführt, als sie mit Jeremias Gotthelf aus Murren 1797 bis 1854 einen Haupttreffer machten. Was sind das für Kerle, die Schweizer Bauern und Bäuerinnen des Pfarrers Bicius aus dem Emmental? Auf angeerbter Scholle sitzen sie, bieder, derb, treuherzig, fromm. Kein Falsch ist an ihnen und kein Flitter. Ein Wort, eine Enziansblüte im Gebirge. Die Schweizer können aber nicht nur bäuerisch derb, sie können auch städtisch, à la mode oder historisch gekleidet daher stolziert kommen, wie Gottfried Keller und Konrad Ferdinand Mayer beweisen. Gottfried Keller aus Zürich 1819 bis 1890 lässt seinen grünen Heinrich in der Tracht aufmarschieren, die Grimmelshausen, Heinze, Goethe in die deutsche Literatur eingeführt haben, jeder mit etwas anderem Schnitt. Das Problem der Entwicklung beherrscht den grünen Heinrich auf seinen tausend Seiten, so gut wie Simplex, wie Ardinghello, wie Wilhelm Meister ist auf dem Wege zu sich selbst. Der Weg, der zu einem Selbst führt, ist nun nicht so bequem wie die Chausseen bei Kopenhagen, wo alle fünf Minuten an jeder Wegbiegung eine Tafel steht, nach da und nach da und nach da. Man kann nicht fehlgehen. Wie steht es hingegen mit den Wegen zu sich? Da gerät man auf allerlei Nebenpfade, in Gestrüpp, Wolfsgruben, auf fremden Besitz, und man muss froh sein, wenn man schließlich am Abend die Herberge findet und auf der harten Ofenbank schlafen darf. Man weiß manchmal wirklich nicht, ob man das Rechte trifft, wenn man zum Beispiel Maler und Anstreicherlehrling wird. Und schließlich wendet sich doch alles zum Rechten, denn man bringt von der Malerei ein unverlierbares Gut im Felleisenheim, die Kraft der lebendigen Anschauung aller Dinge. Es kommt für den Dichter nicht nur darauf an, die Gedanken zu Ende zu denken, sondern auch den Erscheinungen bis ins Herz zu sehen, sie zu durchschauen. Als wäre der Mensch ein Stück Glas. Solches konnte Gottfried Keller. Und weil er eine so klare Anschauung von den Menschen hatte, deshalb gerieten sie in seine Novellen so klar und durchsichtig. Diese Novellen, gesammelt in den Büchern »Die Leute von Seldwühler«, »Sieben Legenden«, »Züricher Novellen«, »Das Sinngedicht«, bedeuten einen Gipfel deutscher Erzählerkunst. Wer als Erzähler ihn wieder erreichen will, der muß hoch und mühsam klettern. Da wird es nicht so bequem hinaufgehen wie auf die Rigi, das ist schon mehr eine Matterhorn-Besteigung.« Gottfried Keller hat ein vollkommenes Gedicht, »Das Gedicht vom alten Pan im Walde«, geschrieben. Sein Landsmann, Heinrich Leuthold, hat deren drei oder vier, sein anderer Landsmann, Konrad Ferdinand Meier, aus Zürich, 1825 bis 1898, hat deren viele. Hat Gottfried Keller typisch schweizerische Züge in seinem Wesen und Dichten, so wird man bei Meier trotz manchen schweizerischen Stoffes, der Roman Jürg Jenatsch, vergebens danach suchen. Seine Landsmannschaft ist vollkommen undeutlich und unbestimmt. Er hat sich selbst als Statue eines Dichters nach einem Idealbild konstruiert. Er führte das Leben einer steinernen Statuette, ganz Marmor, ganz Glanz. 40 Jahre war Konrad Ferdinand Meier, als er sein erstes Buch, ein kleines Buch Gedichte, veröffentlichte. Er hat mit seinen Gedichten auch sein Bestes gegeben, ungeachtet mancher schönen Novelle. Die Gedichte sind von einer leidenschaftlichen Liebe zur Form erfüllt. Genug konnte ihm nie und nimmermehr genügen. Ihm zitterte eine Flamme im Busen, die er mit heiliger Scheu hütete, daß sie brenne rein und ungekränkt, denn ich weiß, es wird der ungetreue Wächter lebend in die Gruft gesenkt. Obgleich selbst kein Zecher wie Keller, hat er die trunkensten Wein- und Trinklieder geschrieben. Von den Göttern, die er oft zu sich zu Gaste lud, waren ihm Bacchus und Silen die Liebsten. In der schatten, dunklen Laube gab Silen der Weise Stunde, der ihm weich ans Knie geschmiegte Bacchus hing an seinem Munde lieblich lauschend. Und sein schönstes, sein wildestes Symbol fand Konrad Ferdinand Meier in der Feldlinertraube. Es ist dem Trifolium Spitteler, Nietzsche, George zu danken, daß die deutsche Sprache in den 80er Jahren nicht völlig unter die Räder der naturalistischen Bier- und Leiterwagen kam. Karl Spitteler aus Liestal, geboren 1845, sagte mit seinem Prometheus und Epimetheus der Wirklichkeit, die sich selbst verwirkt hatte, die Fede an. Leider wurde er selbst in seinen nächsten Werken aus einem Prometheus, einem Fackelbringer, ein Epimetheus, ein Mensch der Verwirrung und des Dunkels, denn in Konrad dem Leutnant und Imago tut er es den schlechtesten Naturalisten und Psychologisten gleich. Daß der bedeutendste Psychologe der Gegenwart, Professor Freud in Wien, seine Zeitschrift nach der Imago nannte, ist zu viel der Ehre für dieses ganz analytische, aber der Synthese völlig ermangelnde Buch. Jeder Dichter, Herr Professor Freud, ist instinktiv Psychoanalytiker. Aber hier beginnt erst der Weg und der Wille zum Psychosynthetiker. Im Olympischen Frühling, dem großen griechischen Epos, hat Spiedeler sein Bestes selbst wiedergefunden. Er fand das Reich Apollons, das Reich, das nicht von dieser Welt ist. Eine in ihrer verbohrten Problematik Hebbel geschwisterte Natur ist Otto Ludwig aus Eisfeld 1813-1865. Er sah sich zeitlebens im Schatten Shakespeares stehen und kam deshalb über den Schatten Shakespeares nur in seinem biblischen Trauerspiel Die Makabea und in seinen Novellen hinaus, in denen er als antizipierter Dostoyevsky und Zola erscheint. Es könnte nichts schaden, wenn, über Dostoyevsky, Otto Ludwigs Prosa nicht vergessen würde. Sie ist der feierlichen Auferstehung wert. Wird Gustav Freitag aus Kreuzburg 1816-1895, der einst gefeierte, aus der Gruff der Vergessenheit auferstehen? Vielleicht mit seinem bürgerlich-soliden Roman »Soll und haben«, worin jedem Charakter sorgsam sein Debit und Kredit zuerteilt ist. Wilhelm Rabes aus Escherhausen 1831-1901 »Ernster Humor« »Seine bedächtige Menschenfreundlichkeit« »Seine bittersüße Melancholie« wird deutschen Herzen als eine deutsche Angelegenheit immer lieb und vertraut sein. Für Wilhelm Rabe gibt es kein besseres Epiteton als dies ohne jeden Nationalismus gesagte »Deutsch«. »Der Hungerpastor«, »Der Schüdderump«, »Horacker« werden bleiben wie des Friesen Theodor Storms 1817-1888 Rosenblätterige Novellen, »Immensie«, »Polepoppenspäler«, »Der Schimmelreiter« und »Die kleine Erzählung« »Im Saal«, »Eines der frühesten und schönsten Gebildestorms, das er im Revolutionsjahr 1848 ersann.« Die Sehnsucht nach der guten alten friedlichen Zeit, der wir sonst zu trauen gar nicht geneigt sind, wird, wenn wir sie lesen, übermächtig in uns. Früher, ja, das war freilich eine stille, bescheidene Zeit. Die Menschen waren damals noch höflicher gegeneinander, das Disputieren und Schreien galt in einer feinen Gesellschaft für sehr unziemlich. Wer seine Nase in die Politik steckte, den hießen wir einen Kannegießer und war sein Schuster, so ließ man die Stiefel bei seinem Nachbar machen. Die Dienstmädchen hießen noch alle Stine und Trine und jeder trug den Rock nach seinem Stande. »Aber was wollt ihr denn?« fuhr die alte Großmutter fort. »Wollt ihr alle mitregieren?« »Ja, Großmutter, das wollen wir nun freilich, und darum sind wir auch alle so unglücklich und ruhlos, so hin- und hergerissen zwischen Stern und Erde, so kriegerisch und friedlich zugleich.« Paul Heise ist dem Strom der Zeiten schon versunken, so gut und tief versunken wie Geibel aus Lübeck 1815 bis 1884, der einst so hoch gefeierte. Geibel wollte 1871 mit seinen Heroldsrufen eine große Zeit einrufen. Aber Krieg und Sieg von 1870-71 hatten für die deutsche Dichtung und Kultur eine katastrophale Wirkung. Die Heroldsrufe riefen einem Zeitalter, das in niedrigstem Materialismus, größtem Größenwahn, in Goldsucherei, Aufgeblasenheit, aufgeblasen wie ein Jahrmarktsschwein und Chauvinismus seinesgleichen suchte. Hohenzollernsch patentierter, mehr oder weniger gereimter Patriotismus von Geibel und seinen Nachbetern und Nachtretern, lyrisch von Wildenbruch, selbst einem abseitigen hohen Zollernsproz, dramatisch aufgeputzt, von Julius Wolf in seinen Ritterromanen in die große Vergangenheit projiziert, aus ihr eine große Gegenwart und große Zukunft abstrahierend, wie sprach doch Wilhelm II. einst, ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen. Süßlich gesabberte Lyrik der Baumbäche und Bodenstädter, eine unechte, flache Erzählerkunst, das waren die ersten kulturellen Früchte der Einigung des deutschen Volkes. Fast zwei Jahrzehnte hat das deutsche Volk diese Limonadensuppen in sich hineingesoffen, während ihm der frische Trunk der echten Dichtung, den ihnen Mörike, Rabe, Leuthold, Konrad Ferdinand Mayer, Fontane spendeten, nicht recht munden wollte. Einzig Theodor Fontane aus Neuropin 1819 bis 1898 brachte es zu einiger Berühmtheit, nicht aber wegen seiner großen Kunst, der Milieu- und Menschenschilderung, sondern wegen seiner stofflichen Vorwürfe, die er meist dem Leben des märkischen Adels entnahm. Niemand hat das Gute und Edle, was im spezifisch-junkerlichen Typus steckt, die starre Pflichterfüllung, das karge, wie hinter geschlossenen Türen geführte Gefühlsleben, das moralisch-märkische Pathos, reiner glorifiziert und geschildert, als Fontane im Stechlin. Auch das alte Berlin der 70er und 80er Jahre fand in ihm seinen berufenen Schilderer. Wer sich vom heutigen Berlin entsetzt abwendet, versäume nicht, dem fontanischen Berlin einen Besuch abzustatten. Er wird entzückt aus diesem Berlin, das unwiederbringlich dahin ist, zurückkehren. Das gelungenste und geformteste in Fontanes Romanen sind die Frauengestalten. Cécile und Effi Priest wandeln in einem Reigen mit Mignon und Filin, Liane und Toni Häusler. Otto Ludwig und Theodor Fontane im Erzählerischen, Hebbel und Anzengruber im Dramatischen, Leuthold im Lyrischen sind die Vorläufer und Fanfarenbläser der Bewegung, die man als die Naturalistische bezeichnet hat. Es ist zu bemerken, daß Naturalismus, Impressionismus, Expressionismus, Futurismus nur Hilfsworte sind, um Begriffen und Bewegungen, Ideen und Wallungen beizukommen. Wo der Ismus aufhört, da fängt der Dichter erst an, denn letzten Grundes macht die Einzelseele, nicht die Massenpsyche oder Psychose, erst den Dichter zum Dichter. Jeder Mensch hat wohl eine bestimmte seelische Richtung, in der er läuft, und wer in derselben Richtung geht, den begrüßt er als seinen Weggenossen mit besonderer Herzlichkeit. Nun gibt es aber viele Wege. Viele Wege führen nach Rom, ins Heiligtum der Kunst, in den Tempel des Gottes. Es ist Überheblichkeit, den Weg, den ein anderer geht, von vornherein als einen falschen zu bezeichnen und Hohn und Gelächter ihm nachzurufen. Als Maßstab der Kritik darf nur die Qualität gelten, der Zusammenhang des Relativen mit dem absoluten Prinzip. Ein guter naturalistischer Roman ist mir lieber als ein schlechter, expressionistischer und umgekehrt. Was wollte der Naturalismus? Er entstand als kraftvolle Gegenbewegung gegen die unwahre und unechte Afterkunst, wie sie seit 1870 in Deutschland zur Herrschenden geworden war. Er lehnte allen Historismus, alle idealisierende Stilisierung ab, wollte nur lebenswahr sein und forderte anstelle einer Verhüllung der Natur ihre Entschleierung bis zur letzten Nacktheit. Er wollte die Natur einfach abschreiben, die natürlichen Dinge natürlich darstellen. Wenn der Naturalismus die Imitation der Natur vielfach zur These erhob, so beging er natürlich a priori einen Denkfehler. Eine Nachahmung der Natur kann es gar nicht geben, denn immer tritt ja der Gestaltende mit einem subjektiven Willen an sie heran. Einzig der Buddha, der völlig Objektivierte, könnte auch ein vollkommener Naturalist sein, aber er würde es wiederum nicht sein, weil ihm der Wille zur Gestaltung von vornherein abgeht. Er will nichts. Der naturalistische Dichter aber wollte doch etwas, nämlich die Natur darstellen. Wo ein persönlicher Wille ist, ist schon ein persönlicher Stil. So ist denn als ästhetisches Gesetz nur eine Spielart des Naturalismus, der Impressionismus zu diskutieren. Der Impressionismus will, daß die Seele wie eine Braut sich hinlagere, damit die Natur liebend einströme mit Fluß und Wolke, Stern und Falter. Der Expressionismus, die Gegenbewegung gegen den Impressionismus, fordert programmatisch, schleudere deine Seele aus dir heraus in die weite Welt, hinauf in den hohen Himmel, so erst wirst du ganz wahr sein. Der Impressionismus predigt die Wahrheit des Seins, der Expressionismus die Wahrheit der Seele. Es ist klar, daß auf einer höheren Ebene diese Forderungen sich in einem Schnittpunkt berühren, da, wo Sein und Seele, Erde und Himmel eins geworden sind. Im Formalen äußert sich der Gegensatz der beiden Strömungen derart, beim Impressionismus Analyse des Geistes Synthese der Form beim Expressionismus Synthese des Geistes Analyse der Form Die Naturalisten waren für Deutschland die Entdecker des Proletariers als Gegenstand der dichterischen Betrachtung, da ihrer Betrachtung ja auch das niederste und unterste Wert erschien. Aber der Proletarier, der arme Mensch, der ärmste Mensch blieb ihnen eben doch nur Gegenstand. Erst die politischen und expressionistischen Dichter der jüngsten Generation wie Werfel, Ehrenstein, Becher haben den entscheidenden Schritt vollzogen, indem sie sich mit dem Proletarier identifizierten. Die proletarische Lyrik der Henkel geboren 1864, Mackay geboren 1864, Mackays Roman Der Schwimmer ist eine der besten Prosa-Leistungen des Naturalismus und so weiter wirkt denn auch ziemlich zahmbürgerlich. In Arno Holz aus Rastenburg geboren 1863 Buch der Zeit klingt sie kräftiger. Dessen eigentliche Bedeutung liegt aber nicht darin, sondern in seinem romantischen Buche Phantasus, mit dem er zwar keine Revolution der Lyrik, wie er meinte, eingeleitet und eingeläutet hat, aber die wesentliche Stimme seiner eigenen Lyrik fand. Diejenigen, bei denen der Naturalismus ein totes Dogma wurde, sind manche noch lebendigen Leibes gestorben. Vom Naturalismus kam, aber ihn überflügelte bald mit silbernen Flügeln, Gerhard Hauptmann, geboren 1862 in Salzbrunn. Wie ein Baum zieht er seine Säfte aus der schlesischen Erde, aber seine Krone ragt in den Himmel und sein Gezweig überschattet hundert Naturalisten. Mit der Weißglut seines Willens hat er die naturalistische Theorie durchschmolzen. Keine konstruierten Maschinen, keine Homunculusse durchwandeln die Welt seines Dramas, sondern Menschen voll Blut und Sehnsucht, arme, elende Menschen, geprügelt wie Hunde von der Peitsche des Schicksals, hungernd und frierend, hungernd nach Brot und Licht, frierend an den kalten, steinernen Herzen der Mitmenschen. Menschen, die in einer ewigen Dämmerung vor Sonnenaufgang leben, einsame Menschen, zu denen selten genug der Ton der versunkenen Glocke herauftönt. Menschen, die Einzelnen nicht leben dürfen wie die schlesischen Weber, die ein klumpen blutendes, zuckendes Stück Fleisch sind, Menschen, die fried- und ruhelos das Labyrinth des Daseins durchirren, bis eine sanfte Frau auch mit ihnen einmal das Friedensfest feiert. Wie sind die zu beneiden, die, wie Hannele, so früh von dieser schmutzigen Erde zum Himmel fahren dürfen? Dass sie Kinder bekommen, Zeugen und gebären, wie furchtbar! Wer will den ersten Stein auf Rose Bernd werfen? Wer stürzt nicht weinend in sich zusammen, wenn der brave ehrliche Fuhrmann Henschel zwischen Schuld und Unschuld schwankend sich erhängt? Alle Gestalten Hauptmanns sind Narren in Christo, wie der religiöse Schwärmer Immanuel Quint, um dessen Leben er einen Roman schuf, der im neu erwachenden religiösen und sektiererischen Leben der Zeit noch eine Rolle spielen wird. Ende von Abschnitt 8 Gelesen von Karlsson Abschnitt 9 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Wie die Geibelperiode in Empfindelei und Süßlichkeiten, so artete der Naturalismus schließlich in Krafthuberei, dörrichte Brutalität und Apotheose des Misthaufens aus. Süßigkeit des Wortes, Sinnlichkeit der Seele, die Schönheit, verfielt im Fluch der Lächerlichkeit. Sie ist das Verdienst von Friedrich Nietzsche und Stefan George, das deutsche Wort in barbarischer Epoche bewahrt und den heiligen Heinen Anbetung und Weihrauch der tönenden Gottheit dargebracht zu haben. Friedrich Nietzsche 1844 bis 1900 ist mit der musikalischen und rhythmischen Prosa seines Zarathustra der Lehrmeister der jungen und jüngsten Dichtung geworden. Als Lyriker gehörte er zu den edelsten deutschen Lyrikern. Trotz den philosophischen Akzenten, die auf seinen Gedichten liegen, ist diese philosophische Betonung nur Vorwand. Lyrik an sich ist immer individualistisch, überindividualistisch, menschlich, übermenschlich. Frei war Nietzsches Kunst geheißen, fröhlich seine Wissenschaft. Alle seine Lieder sind trunkene Lieder. Ob er sie singt, in Venedig in brauner Nacht an der Rialto-Brücke stehend, oder sie von San Marco gleich Traubenschwärmen ins Blau hinauf sendet und sie wieder zurücklockt, ihnen noch einen Reim ins Gefieder zu hängen, oder ob in Sils Maria ihn, der warten sitzt, ganz nur Spiel, ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel, der Schatten Zarathustras grüßt, ob im Herbst in der Ebene die ersten grauen Grägen ihn überfliegen und ihn mahnen, dass der Winter naht. Aus unbekannten Mündern bläst es mich an, die große Kühle kommt. Er wurde einsam, immer einsamer. Und alle seine Lieder sang er schließlich nur noch sich selber zu, damit er seine letzte Einsamkeit ertrüge. Hoch wuchs ich über Mensch und Tier und spreche ich, niemand spricht mit mir. War die Natur Nietzsches eine Kreuzung aus Dionysos und Ahasfer, die trotz aller Schmerzen die Ewigkeit, zu der sie verdammt war, lieben musste, eine wilde, rasende, tobende Natur, die lieber brüllte als seufzte oder zwitscherte, so ist Stefan George, geboren 1868 in Rüdersheim, der strenge Priester der Gelassenheit und Gebundenheit, der Verkünder asketischer Lüste, maß- und zuchtvoll. Auch er verkündet wie Nietzsche eine Kunst, die jenseits von Gut und Böse wirkt. Er steht den moralischen Forderungen der jungen Generation ferner als fern. Du sprichst mir nicht von Sünde oder Sitte. In einem seiner ersten Gedichte versteigt es sich bis zur Apotheose der Ausschweifung im Helio Gabal. Aber immer rein erklärt sich seine Welt, bis das Jahr der Seele herrlich sichtbar wird, der Teppich des Lebens sich vor ihm breitet, der Engel ihm den Weg weist und der Stern des Bundes magisch erblinkt. Stefan George begann als Fackelträger des reinen Wortes in einer Zeit, die das Wort verunreinigte und beschmutzte. Er schritt fort und schreitet weiter als ein Flammenträger des reinen Sinnes in einer Zeit, die verschwelt und rauchig lot, die zu Baal und Beelzebub betet, die kein Sonnengold, nur ein Geldgold kennt, die alles zweckmäßig einrichtet und als Ziel der Zweckmäßigkeit postuliert oder die Ziellosigkeit an sich. Die geistige und moralische Begriffe verwechselt und ein politisches Parteiprogramm von Spinozas Ethik nicht zu unterscheiden vermag. Sie hat auch bei George gebändigte Leidenschaft mit Temperamentlosigkeit, die Gebärde des echten Priesters mit den Tingeltanger-Allüren ihrer geistigen Scharlatane, die gekonnte Kunst mit gemachter Macher verwechselt. Sei es. Die Weltgeschichte ist auch das Weltgedicht. Einige der schönsten Strophen dieses Gedichtes hat Stefan George gesungen. Aus dem Kreise Georges sind es Dichter von Rang Hugo von Hoffmannsthal geboren 1874 in Wien und Rainer Maria Rilke geboren in Prag 1875 hervorgegangen. Hoffmannsthal ist der Dichter bezaubernder kleiner Versdramen. Er führt ein Skelett, das mit blühenden Rosen behängt ist, im Wappen. Rilke ist ein Mönch, der statt der grauen Kutte eine purpurrote trägt, die Seligkeit des Himmels liebt, aber die Freuden der Welt nicht verachtet. Die ersten hergereisten, die der kommenden deutschen Dichtergeneration die neuen Lieder lehrten, waren Nietzsche und George. Alfred Mombert, geboren 1872 in Karlsruhe und Theodor Däubler, geboren 1876 in Triest, gehören mit zu den ersten, die sie lernten. Mombert schrieb metaphysische Dramen und Gedichte, Däubler, das diesseitige Epos Nordlicht, voll von Schwelgereien und Orgien des Wortes und des Reimes. Richard Demel, geboren 1863, im Spreewald, hält sein Gesicht den romantischen Gestirnen zugewandt. Die goldene Kette der deutschen Lyrik ist ohne ihn nicht denkbar. Er ist ein kostbares Glied in ihr, der ein Anfang Walter von der Vogelweite, der ein vorläufiges Ende Franz Werfel hält. Er hat die Tradition der deutschen Lyrik über eine Zeit der schauerlichsten Verfahrenheit und Traditionslosigkeit hinübergerettet, als alles tot und drüber schien. Er hat der deutschen Lyrik das Liebeslied neu geschenkt. Das dunkle Du, das dunkle Ich, die durch die Nacht sich suchen und sich finden. Von Naturalismus kam Detlef von Lilian Krohn aus Kiel 1844 bis 1899. Der lyrische Hussar, aber er setzte bald mit seinem Pegasus im trefflichsten Gelopp darüber hinweg. Christian Morgenstern schuf in seinen Palmströmgedichten eine grotesk-philosophische Lyrik eigenster Prägung, wie besonders den menschlichen und vermenschlichten Tier zu Leib und Seele rückt. Da erscheint ein Steinochs, der sie von menschlicher Gehirne heunährt. Aufschwärmend am Horizont erkrauter Kasernenhöfe der sagenhafte EPV, auch Exerzierplatzvogel genannt, wir sind hoch und heiter beglückt, dass es ihn und Palmströms und von Korfs geniale und fundamentale Melancholie immerhin noch gibt. Schade, dass ich beim neuerlichen Quellenstudium für diese kleine Literaturgeschichte von Korfs glänzende Erfindung nicht benutzen konnte, welcher, weil er schnell und viel lesen musste, eine Brille erfand, deren Energien ihm den Text zusammenziehen. Beispielsweise dies Gedicht Lese, so bebrillt man nicht. 33 seinesgleichen geben erst ein Fragezeichen. Die deutsche Frauendichtung beginnt, nachdem sie seit Mechthild von Magdeburg jahrhundertelang den Dornröschenschlaft geschlafen, wieder aufzuleben mit der Westfälien Annette von Droster-Hülshoff 1797 bis 1848, die freilich für den ersten Blick gar nichts Frauliches an sich hat. Ihre Formen sind streng, herb, ihr Gang ist straff, ihre Miene leicht verdüstert, wie ein halbheller Tag auf der westfälischen Heide, wenn Erde und Himmel die Plätze vertauscht haben und die roten Heidekrautblüten, die Sterne, die Wolken wie braune Ackerschollen sind. Auf ihr müdes Haupt gaukelt es selten ein süßes Lächeln. Liebe Stimme säuselt und träuft, wie die Linden blüht auf ein Grab. Herb, wie ihr lyrischer Stil, ist ihr Proserstil in der Novelle Die Judenbuche. Marie von Ebner Eschenbach aus Meeren 1830 bis 1916 besitzt ein Talent von großer Weite der Empfindung, das aber formal eng begrenzt ist. Ricarda Huch, geboren 1864 in Braunschweig, suchte ihre Themen in Risorgimento und im Dreißigjährigen Krieg. Enrique Handel Massetti, geboren 1871 in Wien, schrieb historische Romane mit katholisierendem Einschlag. Die deutsche Frauenlyrik der jüngsten Zeit gipfelt in Else-Lasker-Schüler, geboren 1876 in Elberfeld. Wer fühlte sich nicht als ewiger Jude und senkte vor Jehova ins Knie, wenn sie ihre hebräischen Lieder singt, wenn sie ihre Weise in einen alten Tibet-Teppich verwebt? Man hat Frank Quedekind 1864 bis 1980 an einem Bruder und Genossen der Lenz Büchner Krabbe genannt. Er hatte nicht die selbstverständliche Grazie dieser drei, die Krabbe auch im grausigen Bewies, er war kein Kind der Natur. Die Natur war ihm in jeglicher Gestalt verhasst und widerwärtig. Vor einer schönen Landschaft erfasste ihn ein Brechreiz und er wurde erst wieder beruhigt, wenn er die Berge, etwa als ein liebendes Paar in Umarmung, drastisch definieren konnte. Er war ganz gewiss ein Erotomaner, dessen moralische Komplexe sich bis zum exzessiven Pathos steigern konnten. Er war ein genialer Spießer mit umgekehrten Vorzeichen, ein erotischer Frömmler, ein frömmelnder Erotiker, flagellant, sadist, masochist, aus religiöser Überzeugung. Ihm war das Weib die große Hure von Babylon und als solche immer anbetungswürdig. Er führte ein Tagebuch aller Zärtlichkeiten, der Sanften und der Schrecklichen. Er führte dieses Tagebuch gewissenhaft wie ein Oberlehrer. Als Oberlehrer, mit dem schlechten Gewissen des ehemaligen Schülers, fühlte er sich auch seinen Geschöpfen gegenüber, eine Lulu, eine Franziska, die zu seiner Liebe, zu seinem Leben emporgepeitscht wurden, um sich dann an ihrem Lehrmeister aufs Grausigste zu rächen. In der Verbohrtheit im Problematischen ist der Hebel, mit der Technik den Stürmern und Drängern verwandt. Diese dramatische Technik der Einzelbilder, Einzelszenen, wie sie schon Frühlingserwachen einführt, hat im deutschen Drama neuerdings Furore gemacht. Sein Kinderdrama Frühlingserwachen wird bleiben. Bleiben wird der Marquis von Kite und vor allem Lulu. In ihr und in der kleinen Wendland hat sie die natürliche Dämonie des Weibes groß gestaltet. Es ist vielleicht kein Zufall, dass in den vorzüglichsten Dramen der Epoche Frauen im Mittelpunkt der tragischen und komischen Handlung stehen. Die Lulu im Erdgeist, Hannele in Hannele's Himmelfahrt, die Vulko in Biberpelz, Madame Ligro im gleichnamigen Drama von Heinrich Mann, nichts beweist klarer als dies, dass wir in einer romantischen Epoche leben. Lulu ist die Inkarnation der Geschlechtlichen, Hannele die der Kindlichen, Madame Ligro die der mütterlichen Liebe der Frau. Lulu will die irdische Lust, Hannele die himmlische Liebe, Madame Ligro die Dies- und die jenseitige Gerechtigkeit. Wilhelm Schmidt-Bonn behandelte im Grafen von Gleichen das Problem des Mannes zwischen zwei Frauen. Der erste Akt gehört zu den besten ersten Akten der deutschen Literatur. Karl Sternheim zeichnet in seinen Dramen karikaturistische Bilder aus dem bürgerlichen Heldenleben. Streber, Schieber, sentimentale Kokotten, amusische Dichter, intellektuelle Schweinehunde, Auch- und Bauchsozialisten. In seinen Dramen wie in seinen Novellen holt er das letzte Virtuos, aber ohne Herz, aus der Technik des Wortes. Seine Geschichten laufen ab wie Maschinen. Er ist ein Ingenieur der Sprache. Herbert Eulenberg, geboren 1876 in Mühlheim, bemalt seine dramatischen Helden und Heldinnen Blassrosa und Blassblau. Sie gleiten schattenhaft durch eine romantische Kulissenwelt. Eduard Stucken, geboren 1865 in Moskau, beschwört noch einmal Montsalvatsch und die Grasritter in Klingenden mit innenreimen geschmückten Versen. Georg Kaiser, geboren 1878 in Magdeburg, pflanzt sich ganz breitspurig und heutig vor uns hin. Teufel ist das ein Leben, das sich da vor uns und um uns und in uns abspielt. Aktiengesellschaften werden gegründet aus Menschenliebe, aus Bonhomie, mit Ewigkeitsansprüchen. Beim Brand des Opernhauses entzünden sich alle Leidenschaften. Von morgens bis Mitternachts rollt ein ganzes Leben ab via Bankinstitut, Freudenhaus, Park, Café, Heilsamie. Harry Khans Komödien verbinden berlinischen Schmiss mit einem Schuss kleistischen Gefühls. Hans Joosts extatische Szenerien haben sich zu vollgültigen Dramen noch nicht ausgewachsen. Georg Kaiser, Sternheim, Eulenberg geben in ihren Dramen allerlei indirekte Antworten auf direkte Fragen. Das sind alles Passionen, die sich da abspielen. Walter Hasenclever, geboren 1890, im Sohn und René Schickele, aus dem Elsass, geboren 1883, in Hans im Schnackenloch gehen zur Aktion, zur These, zur Forderung über. Nicht so seid ihr, sondern so sollt ihr sein. So sollt ihr Sohn gegen den Vater, der Mensch zwischen den Rassen sich entscheiden. Hasenclevers Antigone, Unruhs, ein Geschlecht, sind ebenfalls programmatische Äußerungen gegen den Krieg. Während Hasenclever in seinem letzten Drama Menschen zur Romantik umkehrt, den Weg, den auch alle Aktivisten werden schreiten müssen, sich aber nach der anderen Seite purzelbaumartig überschlägt und beim Text zum Filmdrama landet. Wie steht es mit der Prosa? Den schönsten deutschen Roman um 1900 schrieb Friedrich Huch mit seinem Pitt und Fox. Biedermeierliche Zartheit und groteske Gotik blühen darin. Pitt ist der Gute, der Entmaterialisierte, Fox, der schlechte, materialistische Deutsche, wie in Heinrich Mann später in seinem Untertan Diederich Hessling so bitterböse abkonterfeit hat. Eine Abbaute des Impressionismus ist der Psychologismus, wie in Edward Thomas Mann aus Lübeck geboren 1875 in seinen ausgezeichneten Romanen und Novellen übt. Er analysiert mit medizinischer Gewissenhaftigkeit die Einzelseele. Dem Studium der Massenseele gilt neuerdings seines Bruders Heinrich Mann aus Lübeck geboren 1871, er ist der Dichter der Demokratie geworden in seinen Romanen Die kleine Stadt, Die Armen, der Untertan. Die kleine Stadt, ein italienischer Kleinstadtroman, der schildert, wie in der fahrende Theatertruppe eine kleine Stadt revolutioniert, ist ein Markstein in der Geschichte des deutschen Romanes. Sein frühere Italienroman, besonders die prachtvolle Trilogie, Die Göttinnen, zeigen ihn noch ganz als Apologetiker des Übermenschen, des Einzelmenschen, des Anarchisten, der Schönheit, der Kraft und der sinnlichsten Gewalt. Wer, der je der Herzogin von Assi begegnete, könnte sie vergessen, denn sie war im Kind, Mutter und Geliebte. Gustav Meyrink, geboren 1868 in Wien, schüttet ein ganzes Wunderhorn ergötzlicher und boshafter Trivialitäten, ältestes und neuestes Gerümpel über den deutschen Spießer aus, der mit einem leeren Hirn auftrapiert, wie ein Pfingstochse in seinen Geschichten umherwandelt und muh und bäh sagt. Von Meyrinks großen Romanen, die allerlei kabbalistische und mystische Weltanschauung propagieren, ist der Golem nennenswert. Peter Altenberg, 1859 bis 1918 aus Wien, gewinnt seine amüsante Weltanschauung vom Café Fensterguckerl aus. Hermann Barr, geboren 1863 in Linz, hat vom Naturalismus bis zum Expressionismus und Katholizismus so ziemlich alle Klassen der Literaturschule absolviert und ist überall mit der Note 2 bis 3 versetzt worden. Über Hermann Hesses, geboren 1877 in Kalf, Prosa-Dichtungen könnte als Motto der Vers eines Volksliedes stehen, mit dem er selbst eines seiner Bücher betitelt. Schön ist die Jugend. Seine rührendste Figur, der arme und doch so reiche Landstreicher Knulp. Wilhelm Schäfer, geboren 1868 in Ottran, schuf sich in seinen Anekdoten eine eigene Novellenform in Anlehnung an mittelalterliche, deutsche und italienische Meister. Sie gehören zu den besten Leistungen der deutschen Prosa der Gegenwart. Die in Jakob Wassermanns, geboren 1873 in Fürth, Romanen, das Gänsemännchen und Kaspar Hauser, einen ihrer Meister fand. Eine reiche Fülle lebendigster Gestalten, eine ganze große und kleine Welt, wird aus der Tiefe ans Licht gehoben. Die Prosa der jüngsten Generation, mit Kasimir Edschmid, geboren 1890, und Alfred Döblin beginnend, vermag diesen Leistungen Gleichwertiges an die Seite zu setzen. Edschmid's Novellen sind, wie in einem Treibhaus gezüchtete Blumen, bizarr, geistreich, gekünstelt, voll wilder, aromatischer, zuweilen peinlicher Düfte. Alfred Döblin beschwört in den drei Sprüngen des Wanglung, einen elenen Rebellen der Schwäche in der Landschaft eines erträumten China. Klabund, geboren 1891 in Grosslander Oder, versuchte im Moreau den Roman eines Soldaten, im Mohammed den Roman des Propheten, in Bracker den gotischen Romanen des Eulenspiegels zu gestalten. Leonhard Franks, geboren 1882 in Würzburg, Psychologie, Andreas Latzkos, geboren 1876 in Budapest, Bücher, Menschen im Krieg und Leonhard Franks, Der Mensch ist gut, haben ihr Bestes geleistet in der Revolutionierung der Geister, und welche aber ein kritischer Geist wie Karl Krauss, geboren 1874 in Gitschin, seit Jahren schon viel tieferen Anteil hatte, mit seiner Fackel. Sie sind zeitgeschichtlich von großer Bedeutung. Ihr dichterischer Wert ist weit geringer. Der Mensch ist nicht gut, sondern er will gut werden. Das Moment der Entwicklung ist das Entscheidende. Schon herzelleude, er zog ihren Sohn Parsifal in der Wahl des Einsamkeit, damit er von dem Welt und Kriegsgetümmel bewahrt sei. Aber alle Abgeschlossenheit half nichts. Ein jeder trägt ja den Feind in der eigenen Brust. Gegen ihn heißt es kämpfen. Man muss sich selbst aufs Haupt schlagen. Gott und Du, das sollen nur Synonyme sein. Epitheta ornatia des Einen. Du musst den Heimweg finden, heim zu dir. Auf diesem Heimweg durch die Dunkelheit stehen die Dichter an den Meilensteinen wie Fackelträger. Von Fackel zu Fackel tatest du dich vorwärts. Zum Morgenrot, bis Gottes Herz einst über den Bergen aufgeht. Menschen und Gottes Auge werden ineinander ertrinken und wird nur ein Licht und eine Liebe sein. Die Vorläufer des lyrischen Expressionismus sind Otto zu Linde, geboren 1873 in Essen und die Carontiker, die sich um ihn sammelten. Er schon stellte die These von der ekstatischen Unmittelbarkeit auf, blieb aber praktisch vielfach im Assoziativen stecken. Alfred Kerr, geboren 1867 in Breslau, als Kritiker ein Dichter, als Dichter ein Kritiker, hatte einer ganzen lyrischen Generation das Gehen die ersten Schritte beigebracht. Der dämonische Naturbursche Georg Heim machte dann mit der neuen Dichtung ernst. Er krempelte sich dazu die Hemdsärmel auf wie ein Riese schritt über die Dächer und zwischen den Straßen Berlins. Und alles dies, Mensch, Trambahn, Mond, Haus, Spuk war ihm wie Riesenspielzeug. Die Stadt wurde ihm zur Landschaft, Berg und Haus war eines. Er trank beim Eislauf, 24-jährig, im Mügelssee. Das Grabgeleite gab ihm Scharen fortgeschrittener Lyriker. Als Georg Heim in den Fluten versunken war, stieg aus den im Frühling getauten Wogen wie ein junger Meergott prustend, dampfend in der Sonne, schreiend Verlust am Licht, Franz Werfel, geboren in Prag 1890. Er verkündigte das Evangelium des schönen, strahlenden Menschen, der jedem Wesen, auch dem Ärmsten, brüderlich zugewandt. Gewaltig schwingt sein religiöses Pathos. Er will einer der Propheten des neuen Bundes sein, des Bundes aller wahrhaft Menschlichen. Er kniet nieder, unsagbar demütig und bußwillig, mit Unkraut noch und Schlamm fühlt er sein Herz so ganz erfüllt. Erst, nachdem er sich selbst gerichtet, wechselt zum Richter der Menschheit. Er sank hin, er kniete hin, er weinte, er lauschte, er horchte, er hörte, er diente. Nun schuf er, nun trägt er, nun hält er wie Christophorus die Erdkugel. Erst sah er die Welt und siehe, sie war schön, da wurde er der Weltfreund. Dann sah er sich und siehe, er war hässlich, aber er war. Der nahm er sein Sein und trug es zu den anderen. Drei Reiche durchwanderte er. Er wird in das vierte gelangen, das sie alle drei umfasst, das Reich der glückseligen Gerechtigkeit, der Reinheit und Einheit. Dann wird sein kriegerisches Wesen sich beruhigend lösen, er wird zerrinnen und eine Welle sein, gekräuselt, entführt und gespült ins Meer der Vollkommenheit und der Vollendung. Erst, wenn ein Mensch zerging, in jedem Tier und Ding, zu lieben, er anfing. Im Gefolge Werfes des Propheten der Bruderliebe wandeln unzählige junge Lyriker, weniger von der bronzenen Glocke seiner lyrischen Form angetönt, er ist reinste Musik, Uboe, Flöte, sind meist nur Schellenträger und Trommler, als von seinem Pathos bezwungen. In der Form wenden sich viele mehr der Imitation des großen Amerikaners Walt Whitman zu, seinen breiten, rollenden Rhythmen, die Brausen wie die Wogen des Atlantischen Ozeans. Walt Whitman sang von seinem Buch, Camerado, dies ist kein Buch, wer dies angehört, rührt einen Menschen an. Dieses Motto sehen die jungen Dichter gern über alle ihre Bücher, ihre Dramen, Verse, romantischen Romane gesetzt. Sie wollen vor allem Menschen sein und Menschen sein. Wir sind, wir sind, jubeln sie empathisch mit Werfel. Die Ekstase ist eines der Kennzeichen ihres Wollens. Von ihr sind die Formen oft so zerrissen, zerhackt, im Winde erflatternd. Oft opfern sie das Dichterische auf Kosten des Moralischen. Ihre Empfindung ist vielfach schon keine Individuelle mehr. Ihr Erlebnis ist schon zum Kollektiverlebnis geworden. Sie dichten nicht mehr, sondern der Stil dichtet für sie. Eine legische Nebenspross Werfes trieb österreichin Georg Trackel aus Salzburg 1887 bis 1914, dem Dichter des sanften Schwermut, des süßen Verzichtes, des violetten Unterganges, dem Hölderlin unserer Zeit. Alle Gedichte Trackels sind herbstliche Landschaften. Immer tönen leise im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. In Gottfried Bens Gedichten ist dieses Ereignis geworden. Hirn wurde Herz, Geist wurde Fleisch. Ben steht für sich selbst und auf sich selbst. Kein Werfel, kein Wittmannjünger. Ein Ben. Auch in seinen Novellen. Johannes R. Becher, geboren 1890, ruft in seinen Gedichten an Europa zur Verbrüderung. Es finden sich wundervolle einzelne Strophen und Weisen in allen seinen Büchern, die der sozialistischen Revolution dienen wollen, aber kaum ein vollendetes Gedicht. Der Wille zur These überschreit, den Willen zu formen. Eine krampfartig geschaffene neue Syntax ist noch keine neue Kunstform. Albert Ernstein, geboren in Wien 1886, schleudert seine Flüche gegen die Rote Zeit. Europa wird zum Barbaropa. Ein griechisch gerichteter Geist zersprengt sich selbst und seine Form in Hassgesängen. Sein Reifstes bleibt die österreichische Novelle Tubutsch, voll ironischer Melancholie. Die Arbeiter, Dichter Lersch und Bröger machen Ansätze zu einer neuen Volkslyrik, welcher Jakob Kneipp in seinen Legenden am nächsten kommt. Es darf nicht verkannt werden, auch hier ist ein Weg. Das deutsche Lied, die deutsche Legende, das deutsche Märchen werden wieder einmal auferstehen. Ganz in der Tradition der klassischen deutschen Lyrik steht der Schwabe Bruno Frank, geboren 1887 in Stuttgart, welcher das Erbe Mörikes, das Erbe Eichendorfs, in guter, junger Hand hält. Die Sehnsucht nach Erlösung blüht in den kommenden Generationen wild auf. Wir wollen erlöst werden von der Lüge, denn alle Erlösung ist nur ein plötzliches Erblicken der Wahrheit. Die Lüge hat ihr Gorgo-Haupt in den letzten Jahren vor dem Kriege und im Kriege selbst biederlich erhoben. Aber wenige vermochten sie zu erkennen, denn sie war geschminkt wie eine Hure und mit schönen Kleidern angetan und mit Steinen behängt. Das Bild der Welt war, wie es die mittelalterlichen Darstellungen zeigen. Eine Frau, von vorn reisend und wohlgestalt anzusehen, aber hinten, im offenen Rücken, voll Schlangen gezücht und Dreck und Eiter. Marmonismus, Militarismus, Materialismus, unter diesen drei Flammenzeichen fochte deutscher Gott, der Alliierte von Rosbach und Unterlag. Wir sind nicht auf der Welt, um unglücklich zu sein. Dieser Kram und grauenvolle Krieg, in dem wir lebten und starben, könnte vorübergehend einen martyrer Standpunkt schaffen, als sei es, über alle Maße edel und tapfer und weise und natürlich und dieses Leben letztes Ziel zu leiden. Gerechtigkeit, tu von den Augen die Binde und sieh die Erde, blühen nicht Blumen, rote und blaue und goldene zu deinen Füßen? Glüht nicht das ewige Licht, die Sonne und deine Stirn wie ein heiligen Schein? Taumeln nicht Pfauenaugen und Zitronenfalter schräg durch den schreitenden Abend? Pferde springen elegant durch die Straßen, wilde Katzen liegen zahm auf den bestrahlten Mauern unserer Gefängnisse und an florentinischer Brücke tritt, die Augen schön gesenkt, Beatrice dem liebenden Dichter entgegen. Sein Herzschlag stockt, er, der erfahren viel und viel erduldet, weiß, Glück ist das Ziel der Menschheit und der Sehnsucht innerster Inkarnation. Macht die Menschen glücklich und ihr werdet sie besser machen. Öffnet ihnen die Augen über den Himmel, die Tiere, die Frauen und weist ihnen alles dies, gestaltet und erhoben, beseeligt und erlöst, der Kunst in der Dichtung. Noch regiert, ob schon Friede geschlossen ist, Mars die Stunde, die Minute, die Sekunde. Noch herrscht der Krieg als Prinzip, besiegt ihn, ihr Dichter, Kraft eures Wortes, das wirklicher ist als manche schnell getane Tat. Besiegt ihn durch eure Waffenlosigkeit, durch die Inbrunst eurer Herzen. Ihr Weise und Verweser unseres Schönen, lasst euch vom Waffenrausch nicht übertönen. O sorgt, dass unser Blut nicht rot erstarrt und seid uns do und ewige Gegenwart. Du Günther, brauner Packern, bissig bellend, du Hölderlin, die sanften Pfeile schnellend, du Mörike, verträumte Pfarrhauslinder, du Eichendorff, voll grüner Birkenwinde, du Heine, deutsch-Jude, geistig handelnd, du Konrad Ferdinand, auf Rhythmen wandelnd, du Platen, im Unsterblichsten Sonette, du Nietzsche, deutscher Pole, Glockenkette, und du, o erste Früh- und Abendröte, du Turm, du Sturm, du erster Mensch, du Goethe. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Juli Niedermeier Ende von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart von Glaubund